Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Gamer Lounge Podcast Nr. 31. Sascha sieht so aus, als wenn das Bild eingefroren wäre. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend. Moin. Ja, ich lasse mir das Datum gleich. Wir haben heute den 06.06.2018, eine Woche noch bis zu E3 und deswegen haben wir gedacht, wir quatschen heute trotzdem noch mal ein bisschen über die E3, weil wir auch ehrlich gesagt kein Thema haben, weil ich war heute den ganzen Tag unterwegs, Sascha war unterwegs, wir haben letzte Woche eigentlich so Story, Gameplay abgefrühstückt und ist ja schon jetzt viel auch veröffentlicht worden. Also halt wirklich offiziell, sei es Rage 2, das Fallout 76, Destiny, Edwin ist gestern einfach mal so angekündigt worden mit Trailer und allem, pipapo. Weiß ich auch nicht. Deswegen nenne ich die Folge auch Prä3. Prä3? Ja, ich glaube schon. Du den, du den, du den. Ne, na gucken wir heute mal, was so ein bisschen gegangen ist. Ich gucke nebenbei so ein bisschen noch auf Twitter, was da so abgegangen ist. Vielleicht finde ich da ja noch was. Ich habe gesehen, dass von Red Red Redemption gab es jetzt noch eine Vorbestellergeschichte, also halt diese, diese verschiedenen Versionen wieder, was es alles gab. Wo ist denn das jetzt? Ja. Das gucke ich mir gleich nochmal an. Ja. Mal gucken, was der, was der Sascha so gespielt hat. Es ist so warm heute bei uns schon wieder. Ja, bei uns auch. Also, heute im Büro fast wieder gestorben. Ja, vor allem, wie gesagt, ich war eben auch... Ich bin auch die letzten Tage einfach, ich weiß nicht, ob es wirklich daran liegt vom Wetter her, aber ich bin so müde den ganzen Tag über. Ich bin so richtig fettig. Ich weiß auch nicht, wie ich es nennen soll. Oh, ich habe meinen Kopf. Ich bin so komplett durch. Ja, ich höre mich wieder. Hallo Sascha. Moin. So. Dieser Scheiß Hallner. Ich verstehe nicht, warum das auf einmal so ist. Das war vorher nie. Und jetzt irgendwie, ich habe auch, gut, kann doch sein, dass wieder Windows irgendwie, ne, durch irgendeinen Update. Aber seit, seit, vor vier, fünf, sechs Podcasts hat das, glaube ich, angefangen. Weil, wie gesagt, ich höre das ja immer so, wenn ich Langeweile habe auf Arbeit, dann höre ich immer selber nochmal meine, also unsere Podcasts da. Okay. So einfach, um zu gucken, ne, wie hört sich das an, bla bla, bla, was kann man noch ändern. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, so, alter, krass, hat der, was hat der Sascha da für einen Hall, was hat denn der eingestellt und so, bis ich erst mal gecheckt habe, dass es, bis es von mir kommt irgendwie. Komisch. Aber ja, dafür gibt's ja Kopfhörer. Ja, eigentlich gezockt habe ich jetzt wirklich nichts großartig. Ich habe mir ja Xenoblades Chronicles 2 gekauft. Ja, ist auch schon ein bisschen her, ne? Großer Fehler. Großer Fehler. Das ist für mich persönlich noch suchtbringender als Zelda. Okay. Also, es ist halt anders, weil es halt, ähm, spielt da auch eine offene Spielwelt, aber du hast halt mehr eigentlich taktisches Gameplay. Also du greifst nicht aktiv mit irgendwelchen Moves die Gegner an, sondern es werden Auto-Attacks ausgeführt und dadurch lehnen sich halt die Special-Attacks auf und dann kannst du die halt ausführen. Und in deiner Gruppe durch die Klingen wird das Ganze nochmal verstärkt und sowas und es ist halt sehr Anime-esk, finde ich gut, gefällt mir. Und ich finde so, für den Preis hat es auch echt viel zu bieten und es sieht grafisch-technisch auch sehr gut aus. Und man merkt, dass die Switch da echt langsam an ihre Grenzen stößt. Also 60 FPS holt ihr da nicht raus. Und am meisten stellen ruckelt das halt auch. Also scheint nicht ganz so optimiert zu sein von Monolith-Software, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel. Kann ich wärmstens empfehlen für die Leute, die eine Switch haben, holt euch das. Okay. Das hab ich eigentlich hauptsächlich gezockt. Okay. Hast du eigentlich das Mario-Tennis-Thema angeguckt oder beziehungsweise die Demo runtergeladen? Oder Beta? Äh, hab ich noch nicht gesehen, ob ich die runterladen kann. Ich hab noch was gesehen bei Mario-Tennis im E-Shop, aber ob da jetzt was runterladen konnte, weiß ich nicht. Aber ich glaube, konnte. Ich glaub fast, das ist schon wieder vorbei. Ach so, okay. War nur für kurze Zeit, irgendwie. Ja, ich kann gleich mal nachgucken. Aber das Spiel sieht richtig gut aus. Das Spiel sieht hammer aus. Ich hab nämlich letztens noch mal, wie gesagt, ich bin in so einem Forum da noch wieder unterwegs, in so einem neuen. Und da geht's relativ, also es ist relativ viel, dass da mal so einen neuen Threads anzukommen. Und da war das Ding halt die ganze Zeit oben. Da dachte ich so, ah, Mario-Tennis, warum nicht? Kann man ja mal rangucken, hab ich mir das so angeguckt. Und dann gab's da, ist ja erst vor zwei, drei Tagen, glaub ich, offiziell. Oder halt so, der Trailer kam, glaub ich, der erste dazu. Ja. Ähm, sieht richtig cool aus. Also es ist viel mit, ist natürlich kein Tennis in dem Sinne. Also man kann halt so einen normalen Tennis-Modus auch spielen tatsächlich. Aber es gibt halt viel so irgendwelche, also halt so spezielle Schläge und du kannst die Zeit anhalten oder langsamer machen und solche Geschichten. Aber es sieht verdammt lustig aus, weil das viel mit, äh, mit Taktieren halt auch ist. Dass du halt deine Energie einteilst, entweder zum Angriff, zur Verteidigung und so weiter und so fort. Mhm. Und, äh, fand ich richtig geil. Also sah extrem witzig aus. Und ich stell mir das halt echt gut vor. Ich weiß nicht, ob man das, ja, man kann's ja bestimmt zu zweit zumindest. Ja, du kannst es zu zweit spielen im Bursus-Modus wahrscheinlich. Online, denk ich mal, wird das wahrscheinlich dann auch gehen. Ja, online sowieso. Aber, ähm. Äh, ich weiß nicht genau, ob man das zu zweit, ja, doch, müsst ihr eigentlich fast, ne? Wieso denn nicht? Hast du zwei Joy-Cons automatisch bei der Switch? Ja, 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 aber ich mein, ja, aber das Bild ist dann immer so komisch, weißt du, wie ich meine? Ob das so weit hinten, ich hab noch nie ein Tennis-Spiel zu zweit gespielt, so auf der Couch, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber hast du mal Mario Tennis allgemein gezockt? Nee, also das Tennis auf der Wii hab ich mal gespielt. Und sonst? Keine Ahnung. Ja doch, Mario Tennis geht immer eigentlich zu zweit. Also, soweit ich weiß, konnte man sogar, glaube ich, auch sogar zu viert spielen. Ah, okay. So Tag-Team-mäßig. Er ist dann hinten und der andere halt vorne. Dann wirst du dir halt immer gegenseitig die, beziehungsweise Schlag abtauschen und sowas. Naja. Ja, auf der Wii war ja halt, bei dem Wii Sports Tennis war ja in der Mitte so der Bildschirm geteilt. Ja genau, bei dem Wii Sports, weiß ich's, ja. Da war das geteilt. Das war ein bisschen strange. Bei Mario Tennis generell ist das schon alles auf einem Bildschirm. Ah, okay. Da hast du kein Splitscreen oder so. Ich find grad gar nicht, wann die Beta gelaufen sein soll. Naja. Ich guck nochmal. Was wollte ich jetzt sagen überhaupt? Ah ja, wir haben von Dingens gesprochen. Genau. Nee, das hab ich mir halt angeguckt. Ich dachte, vielleicht hättest du's gespielt. Darauf wollte ich hinaus. Genau. Achso. Nee, nee. Okay. Also, eigentlich, wie gesagt, die letzten Tage so und das Wochenende überhaupt tatsächlich Xenoblack Chronicles. Da bin ich also auch schon einigermaßen weit. Hab jetzt ungefähr 15 Stunden auf der Uhr. Und ich bin noch erstmal grad in der zweiten Welt, kann man sagen. Man bewegt sich auf so Titanenfort, das sind so riesige Wesen, weil der Lebensraum der Menschen immer kleiner geworden ist und sowas. Und jetzt hab ich den Bock auf die Vorgänger gekriegt. Wobei ich sagen muss, Xenoblack Chronicles, entweder für die Wii oder für den 3DS, sieht jetzt nicht so geil aus, muss ich persönlich zugeben. Da lobe ich mir doch eher dieses Xenoblack Chronicles X, was es gab für die Wii U. Das sieht schon ziemlich geil aus. Das hat so vom Auftritt her mich so ein bisschen an Final Fantasy XV erinnert. Und könnte vielleicht eigentlich auch ganz geil sein, muss ich mal schauen. Okay. Verkoscht auch nicht mehr so viel. Also, das hat mir auch wirklich relativ Spaß gemacht. Und ich hab mir auch die japanische Stimmenpack runtergeladen. Das gibt's kostenlos. Und dann können sie japanisch sprechen. Oh, der war, der war. Der rastet so vollkommen aus. Das ist so lustig. Einfach nur da mit englischen Subtitles halt. Oder mit deutschen Subtitles ganz einstellen. In Rollenspielen find ich das meistens auch immer noch ganz okay, so muss ich sagen. Manchmal wieder besser, wie bei Secret of Mana, wie man's da gesehen hat. So bei Secret of Mana, ja. Das find ich eigentlich ganz lustig, dass es das Pack umsonst gibt. Es gibt noch so ein Season Pass war das, glaub ich. Der kostet 30 Euro noch aktuell. Das ist mir da noch ein bisschen zu happig. Mal gucken. Ob das Geld zulässt, werd ich mir den wahrscheinlich dann auch noch holen. Oder ich bin dann überlegen, mir zu holen, wenn's Hauptspiel durch ist. Aber das kann auch dauern. Ich glaub, Xenoblade ist, wollte ich grad sagen, das ist auch relativ groß. Also ich glaub, da machst du schon deine 70, 80 Stunden, oder? Hab ich mal gehört zumindest. Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt bei 15 ungefähr Stunden und bin jetzt noch quasi auf dem so gesehen zweiten Titan erst. Beim ersten bist du ja dann quasi nach dem ganzen Tutorial-Phase. Fängt erst mal krass an. Du wirst halt auch viel mit Storytelling beballert und Cutscenes. Aber von der Geschichte her und vom Anfang, wie es anfängt, das ist es richtig geil gemacht. Also, Hut ab, hätte ich nicht gedacht. Weil ich wurde mit Xenoblades Chronicles 2, als ich mir ausgegeben habe, nicht so wirklich warm, muss ich sagen, weil der Anfang sich so gezogen hat. Aber jetzt noch ein paar Stunden, dann geht's eigentlich. Dann kommst du in diese offene Spielwelt. Aber es ist auch gemerkt sauschwer. Du bist auf den zweiten Titan, läuft aber mit einem Monster mit Level 81 rum. Du kannst auch an dem Monster vorbeilaufen, wenn die dich bemerken. tot. So oft, wie ich mittlerweile gestorben bin. Aber du verlierst nichts an Loot oder so was. Das ist ziemlich geil eigentlich. Aber Level zum Beispiel braucht auch länger. Finde ich auch gut. Dass du nicht instant irgendwie Level 80 bist oder so was, sondern bin jetzt gerade mal Level, keine Ahnung, 17, 18 oder so. Ich gucke ja zurzeit immer wieder auf Ebay-Kleinanzeigen und so was, wegen Spielen und so. Ich habe gestern zwei, drei, zwei richtig krasse Deals verpasst. Aber wirklich, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe einfach mich hingesetzt und manchmal aktualisiere ich dann und dann steht sofort oben irgendwas, wo ich denke, wow, nehme ich. Da gab es ein Pokémon, original verpackt und alles mögliche für 15 Euro. Das Ding auf Ebay ist um die, keine Ahnung, es geht so zwischen 40 und 60 je nachdem. Alles klar, schicken, kannst du schicken, so weißt du. 17,55 eingestellt, 17,56. Ich habe sofort meine Nachricht geschrieben. Ich so, hi, zack, ich nehme das Ding. Stunde später, ja, sorry, ist schon weg. Nein. Hä, wie geht das? Und da frage ich mich auch manchmal halt, wie die Leute da durchgehen. Nehmen wir wirklich die Antwort, die zuerst gekommen ist. Oder halt, ist meine Antwort dann irgendwie unten, weil ich als erstes geschrieben habe und der letzte, oder, weißt du, wie ich meine? Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge das sortiert wird. Fand ich schon ziemlich ätzend. Was ich eigentlich sagen wollte, ich habe gestern da auch eine Switch gesehen für 150 Euro neu. Aber das war ein bisschen fishy irgendwie, weil er hatte geschrieben so, ja, ist aus dem Gewinnspiel habe ich gewonnen und muss man aber, pass auf, jetzt kommt es, muss man aber selbst abholen, kein Versand, weil auch keine Garantie auf das Ding ist. Da habe ich gedacht so, hä? Das ist doch neu. Und naja, okay, habe ich gedacht, nee, komm. Aber Gewinnspiel auch war eine Garantie? Ja, natürlich, also tschüss mal, wenn du irgendwo neu merkst. Eigentlich ja schon, ne? Ja, das denke ich auch so. Ich meine, du kannst ja zum Beispiel auch Autos gewinnen, da kriegst du ja auch vom Hersteller auf jeden Fall was ausgestellt. Du brauchst ja auch dann Fahrzeugschein für das Ding und sowas. Nee, 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 das war ein bisschen strange. Aber es gibt teilweise so witzige Anzeigen da, von irgendwelchen Leuten, so richtig arrogante Wichser. Ich habe auch schon einige Sachen gesehen, wo ich mir so dachte, boah, ey. Hat irgendeiner ein GameCube? GameCube? GameCube, Resident Evil, glaube ich. Zweier reingestellt, was ja auch relativ selten ist oder so. Da habe ich schon mal geguckt, weil ich hasse das auch einfach. Die schreiben immer Verhandlungsbasis. Ohne Preis, aber einfach nur VB steht da da. Weißt du, wo ich mir immer schon denke, Alter. Das sind sowieso die Schlimmsten. Da gucke ich schon gar nicht mehr rein. Schickt mir euer bestes Angebot. Dann setzt doch auf Ebay rein und lasst die Leute bieten, weißt du. Komm. Und der hat auch original so reingeschrieben, ja, von wegen so, ey, jeder weiß, wie viel das Spiel wert ist und so. Ihr müsst alle nicht geizig sein und so. Also, ich habe seit 20 Jahren das Spiel. Ah, nee, genau, das war das N64-Ding, genau. Und dann sagt er so, ja, ich habe das Spiel seit 20 Jahren bei mir in meiner Sandburg. Das kann auch noch viel länger da bleiben, das ist mir egal und so was. Alle, die frech sind oder halt schlechte Angebote schicken, werden sowieso instant geblockt und so. Wo ich da so, oh, der Kaiser, entschuldigen Sie bitte, dass ich da ... Der möchte gerne dieses Spiel verkaufen, merkt man ihm an, ja. Da habe ich auch gedacht, warum setzt es denn dann rein? Ne? Dann setzt doch rein. 400 Euro will ich haben. Und sonst seid ihr alles Idioten. Dann müsstest du vielleicht an irgendjemanden los. Richtig geil. Aber nicht auf die Tour. Nee, wenn du schon so ankommst, weißt du, von wegen dieser, ey, aber hier, ne, ihr wisst alle, ihr wisst alle da draußen, wie viel das wert ist. Und ich habe das, ne, ihr kommt zu mir, ihr wollt das Ding haben. Dann bereitet mir, schickt mir eure Jungfrauen. Also sonst, äh, wirklich, was für Schwachmaten. Ja, wirklich, was für Schwachmaten. Leute, geht's. Apropos so Retro-Schnäppchen und alles mögliche. Ich war letztens am Flohmann und hab mir auch was gekauft, ne? Oh, jetzt. Ich habe übrigens gar nichts weiter gespielt, also ich kann auch nichts weiter erzählen. Obwohl, doch, ich habe Dings gespielt, stimmt. Und zwar, das hier. Ich muss sagen, was es ist. Erstens sehe ich es nicht und zweitens hört man es nicht. Ich kann es aber nicht lesen. Es ist, äh, Galerians. Galerians. Okay. Hast du Galerians für die Playstation? Nee, sagt mir gar nichts. Ja, so ein Action-Rollenspiel. Von der Grafik her ziemlich geil gewesen. Damals so ein bisschen Fantasy-7-esk. Und dann, äh, Heart of Darkness. Das habe ich gestern auch noch gesehen. Äh, habe ich aber nicht. Dann war mir zu teuer. Habe ich dann gekauft für zwei Euro. Ja. Eines der schwersten, eines der schwersten Plattformer auf der Playstation. Ja, nice. Ja, für zwei Euro musst du dich lange überlegen oder handeln. Du nimmst mit und fertig. Ey, der hatte, der hatte auf diesem Flohmarktstand noch so viel. Und ich habe mir so gedacht, boah, ich habe nur noch 30 Euro einstecken. Ich muss noch einkaufen. Also, ah, nee, geht, geht gerade nicht. Aber, äh, yalla, ich komme nächstes Mal wieder. Da hätte ich für 28 Euro und dann wäre ich für zwei Euro einkaufen gegangen. Äh, nee. Doch, das, äh, naja. Nee, ich gehe am Wochenende wieder. Aber, äh, ich habe auch noch was gespielt tatsächlich. Ich habe, äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe, äh, Wave Race jetzt für den Game Boy. Hatte ich ja mal erzählt, dass es das gibt. Ach, Wave Race, ja, ja. Das habe ich jetzt, habe ich jetzt gekauft. Sehr geil. Ist ganz witzig so. Also, es ist halt wirklich, ähm, ganz anders. Es ist halt so eine Top-Down-Sicht mit vier, vier Fahrern insgesamt. Ähm, ist halt schon sehr rudimentär. Also, das, ja, ist ganz witzig. Ja, es hat auch tatsächlich so ein bisschen so eine Physik. Also, es ist jetzt, äh, es gibt keine Wellen oder sowas tatsächlich. Ähm, du fährst halt so Rundkurse, die auch gerade tatsächlich ein bisschen schwieriger werden immer nach und nach. Also, der letzte war schon echt heavy. Und, ähm, du musst auch die Bojen umschiffen und so. Aber das ist eigentlich so, das ist so ein eingezeichneter Pfad im Wasser. Da kann es eigentlich eh nicht groß falsch fahren. Ähm, okay. Und dann gibt es so ein paar Hindernisse. Also, äh, ja, irgendwas, was an der Seite liegt meist. Und dann waren irgendwelche komischen Symbole so im Wasser, die immer irgendwie in eine Richtung gezeigt haben. Keine Ahnung, ob das Wellen sein sollen. Wahrscheinlich schon. Oder Strömung, schätze ich mal. Ähm, ähm, da musst du durchfahren. Und dann hast du halt einen Boost. Das war halt extrem komisch gemacht. Weil der Boost lädtst du nach und nach auf. Und dann musst du halt immer im richtigen Moment, dass du halt am Ende wirklich den ersten überholst. Also, ähm, schon ganz witzig. Und wenn du halt zu schnell in die Kurve gehst, dann trifft es halt richtig so raus. Also, das war schon cool gemacht. Fand ich echt ganz geil, muss ich sagen. Und ich dachte, na, Wave Race, äh, hab ich so noch nie gesehen. Nehm ich mal mit für drei Euro. Warum nicht? Und dann noch die guten alten, äh, Wrestling-Spiele. WWF Superstar 1 und 2. Ach, geil. Ja. Und Turtle 2 hab ich mir jetzt auch schon mal geholt. Da hab ich die auch schon. Und ich werd mir jetzt so, ich hab schon gesehen, ich werd mir so coole Hüllen bauen. Äh, aus den 3DS, äh, nee, aus den DS-Hüllen. Die werd ich mir jetzt mal bestellen. Und dann die Cover selber drucken und dann für die Gameboy-Module nehmen. Richtig geil. Dann kann ich die schön ins Regal hinten rein kloppen. Freu ich mich schon drauf. Ja, ich find's so allgemein. Jewel Cases waren hier noch damals so richtig geil so gemacht. Auch die Playstation-Dinger hier so richtig gut verbaut, ne? Die Playstation-Dinger find ich richtig kacke, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil die Cover nie richtig halten. Ja, weil die, die Cover ... Die ist doch gut da drin, eigentlich. Ja, weil die, die, äh, die sind nicht so richtig fest. Die gehen so nach innen nach der Zeit. Also ist bei mir auf jeden Fall übelst oft. Auch wenn, äh, wahrscheinlich noch mehr, wenn keine Anleitung drin ist. So, das ist, ähm ... Kann gut sein, ne? Ne, also die Playstation-Dinger haben mir noch nie gefallen. Außerdem gehen die übel schnell kaputt und, ne. Also welche ich echt noch am besten fand, äh, unab, also als, äh, außerhalb von den DVD-Hüllen, die natürlich jetzt Standards sind, weil was Besseres gibt's meiner Meinung nach nicht, äh, waren tatsächlich, waren tatsächlich die, äh, Dreamcast-Dinger dann. Äh, weil die waren relativ robust und die hatten auch hinten halt das Teil, wo dann halt die Anleitung drin war. Und das war nicht alles vorne. Das fand ich echt wesentlich besser. Und die sehen schön aus. Jo, äh, hast du noch was? Damals noch hier so hübsche Häftchen gemacht. Gänzt du heutzutage auch nicht mehr, ne? Ja, spannend. Die ganzen Personen da drin und so. Für was? Spiel das Spiel. Tutorial. Heute ist doch alles erklärt. Ja. Damals wusstest du noch ein Spiel da reingeschmissen und wusstest nicht, was du machen musst. Ja, das ist so. Deswegen gab's hier die Anleitung, ne? Damit du weißt, was du machen kannst, sollst, darfst, musst. Ja. So hart waren die Spiele dann nämlich gar nicht. Ich hab nämlich Leute DuckTales auch gespielt, dachte ich so, oh, ja, ist aber schon knallhart. Dann hab ich's, äh, keine Ahnung, Stunde gespielt und hat fast alle Level gleich wieder gemacht. Klar, bist halt oft gestorben, aber ist auch relativ kurz und wenn du's einfach gemacht hast, weißt du halt, worauf du achten musst und so. Ich wollt grad sagen, DuckTales war jetzt nicht lang, das ging. Ja, ja. Ich hatte schon ein paar knifflige Jump'n'Run-Passagen, aber Jump'n'Runs sind ja allgemein ein bisschen kniffliger, wenn du's nicht gewohnt bist, sag ich mal. Ja. Ich mein, Super Mario, ich spiel mal Super Mario World nicht und zock das mal 30 Jahre später, äh, weißt du ja auch einen Zahn ab. Ist aber auf jeden Fall wesentlich einfacher, denk ich mal, als dieses DuckTales mit dem komischen Pogo-Sprung da die ganze Zeit. Und wenn du dann noch so springen musst, dass du halt über diese, über die Löcher kommst, weil den normalen, mit dem normalen Sprung kommst du ja nicht so hoch und dann eben auch nicht so weit, so. Das ist dann teilweise schon, du kommst halt auch nicht, du musst halt genau an der Kante abspringen, dass du den Sprung schaffst und dann fallen noch die Teile darunter an der einen Stelle. Ah. Aber wenn du's dann geschafft hast, ist es okay, dann ist gut. Mhm. Also noch was Interessantes. Deswegen mag ich schon ganz. Noch was Interessantes gezockt, oder? Ähm, ich muss grad mal pauschal überlegen. Ich hab noch ein bisschen Overwatch gezockt zwischendurch nochmal am Wochenende. Aber ansonsten hab ich nur überwiegend Xenobl Chronicles. Das, was so bei mir noch aktuell auf dem Channel läuft. Aber da häng ich auch grad noch momentan ein bisschen her, weil ähm, ich heute oder morgen, denk ich mal, eine festere Zusage bekomme für eine Wohnung und da bin ich weg. Bin ich weg. Bin ich sofort weg. Ja, okay. Dann zieh ich nach Frankfurt. Ja, sehr gut. Ja, zur Arbeit, hab eine chillige Wohnung. Hm. Weil dann ist sie mich auch sehr kurzfristig, am 1.7. dann. 1.7.? Ja. Okay, das ist, äh, sportlich. Das ist sportlich. Ja, definitiv sportlich. Okay. Das krieg ich schon irgendwie gebacken. Deswegen, ähm, so ab Juli muss ich dann mal gucken, wie's da zeitlich passt. Ja, wir machen ja eh sonst. Bis ich erstmal, ja, ja, aber bis ich dann erstmal alles drüben hab und so weiter. Ja, kein Stress. Äh, ich gucke gerade hier. Ich hab grad, äh, wie gesagt, ich schau so ein bisschen grad auf Twitter nebenbei, was hast du abgehend im Zuge von der E3. Äh, da gab's ja die, äh, Red Dead Redemption-Version jetzt, die man vorbestellen kann. Ich hab ja gesehen, Special Edition gibt's mit allerlei Get-Exclusive-Story-Mode-Content. Äh, Karte gibt's noch, ne? Naja, das auch, aber es gibt halt eben den digitalen Scheiß wieder hier, aber das hab ich nicht ganz verstanden. Exklusive-Story-Mode-Content-Geschichte, Bank-Robbery, äh, Ganslinger-Outfit, Talisman-Medalion, Gameplay-Boost, okay, also der normale Crap und eben ne, äh, exklusive, äh, World-Map. Mhm. Die sieht ganz cool aus tatsächlich, das ist so ein bisschen, also, ich weiß nicht genau, ob das Stoff sein soll. Also, es ist halt gewollt auf jeden Fall. Ich hab, ich hab auch das Gefühl, dass das Stoff ist, so wie diese, ähm, Karte, die es bei Scarabin gab in der Collector-Edition. Das weiß ich nicht. Die war auch aus Stoff. Dann geht's auf jeden Fall nochmal ne, 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 ne Ultimate, äh, Edition, da ist halt ne Steelbook dabei und nochmal zusätzlicher Content mit irgendwelchen anderen Outfits, Rank-Bonus, Black Chestnut, äh, okay, das ist ein Pferdeding. Ja, also halt auch ein Steelbook und noch mehr digitaler Crap. Und dann geht's die Collectors-Box. Die sieht eigentlich ganz witzig aus, vor allem, hier sind da total komische Sachen drin. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da ist so ein, äh, ein zweiseitiges Puzzle. Keine Ahnung, äh, zwölf Zigarettenkarten, was auch immer Zigaretten, was auch immer Zigarettenkarten sind. Okay. Keine Ahnung. Dann gibt's ein, äh, Collectible Challenge Coin. Und, was ich richtig geil finde, äh, Six-Shooter-Bandana. Ja, also halt diese, wie hast du, diese Umbindenkarten. Diese Bandanas, ja. Ja, so gut. Und eben, äh, hier so ein, so ein, ja, Pokerkarten, ein Pinset und, was? Wheeler, Rawson & Co. Catalog. Irgendein Katalog, keine Ahnung, was es ist. Okay. Ich wollte mal gucken, was die kosten, aber bei, 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 bei Amazon gibt's die tatsächlich noch nicht. Ja, da kommt wahrscheinlich noch alles dann. Ja, aber es steht, jetzt vorbestellbar. Okay. Du weißt ja, wie schnell die Scheiße mal weg ist, ne? Deswegen wollte ich schon mal gucken. Ja, gut, es ist jetzt vorbestellbar, ohne Preis ist dann natürlich auch so. Ja, aber es ist eben, ich wollte gucken, was es kostet, A, und, äh, aber jetzt habe ich den Inhalt hier auch gerade gesehen auf dem Bild. Oh, das ist schon eine Menge, vor allem die Truhe ist geil. Ja, ich finde, das ist auch mal wieder eine coole Collectors Edition, muss ich sagen. Also, ja, vor allem ist halt viel haptischer Stuff dabei und das finde ich gut. Ja, das ist ja das, wo wir uns schon mal drüber unterhalten haben, also das geht mir genauso. Aber ich muss sagen, zum Beispiel jetzt die von, von, äh, sag schon, God of War, fand ich, die Figur sah scheiße aus. Also, hat mir persönlich einfach nicht gefallen, muss ich sagen. Nee, fand ich auch nicht gut. Was ich halt geil fand, war damals die Witcher 2 Collector Edition. Gab's auch eine Karte, und da gab's einen Kopf von Geralt. Das war auch ziemlich geil. Das war auch so, äh, Spielkarten. Okay. Ah, man kann die Collectors Edition tatsächlich nur bei Rockstar selbst vorbestellen in der Zeit. Bei Rockstar selbst nur? Ja, und später wohl bei ausgesuchten Händlern. Ja, da wird sich Amazon wahrscheinlich auch ein paar sichern, denke ich mal. Die haben ja immer so Amazon-Exclusive. Also, bei vielen Dingen. Hä? Was würdest du sagen? Bei Dark Souls 3 war's ja auch so. Was würdest du sagen, was kostet die Collectors Edition? Schätz mal. 100, 100. 100, 120 in den Dreh. 100 tatsächlich. Ich hätt' jetzt echt teurer, würde ich dir sagen. Ja, also mehr wie 100 hab' ich noch nie in Collectors Edition gesehen. Das Einzige, was mehr als 100 gehört. Ja. Kommt drauf an. Es gab ja zum Beispiel, es gab ja zum Beispiel bei Dark Souls 3 war's ja, da gab's ja diese Prestige Edition. Die war ja nochmal ein bisschen geiler, weil dann auch eine andere Figur drin war und, ähm, mehr Shit. Und die hat, glaub ich, zum Startpreis gekostet, ähm, ich glaub 210 war's. Nein. Die Malle Collectors Edition. Nein. Nein, so teuer war die nicht. Irgendwas üblich. Ich glaub schon. Nee, 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 nee. Das glaub ich nicht, weil ich wollte die bestellen. Ich wollte sie nämlich haben, äh, und ich hatte versucht, die noch zu kriegen. Die war aber nicht so teuer. Die war bei 130 vielleicht oder so. Also 200 hätte ich niemals ausgegeben. Nein, nein, nein. Das war nicht so teuer. Ich glaube, dass, nee, nee, nee. Also ich weiß es nicht. Ich kann auch sagen, ich mich irre. Aber ich glaube, dass sowas um den Preis lag, kann auch sein. Denn, wie gesagt, das ist mich jetzt irre. Weil die Collectors Edition, die weiß ich, die hatte irgendwie, glaub ich, 80 Euro gekostet. Okay. Kann man grad nicht vorbestellen, weil es nicht mehr vorhanden ist. Naja, egal. Kommt ja vielleicht irgendwann bei Amazon. Ja, bestimmt. Aber die hätte ich tatsächlich echt gerne. Für das Spiel auf jeden Fall. Die lassen sich das ja nicht entgehen. Dadurch noch mehr, natürlich auch, äh, Verkäufe zu erzielen. Amazon ist ja nicht Blade. Obwohl, hier steht, hier steht gerade tatsächlich, äh, es ist nirgends wo das Spiel aufgeführt. Okay. Also, äh, nichts mehr, nichts mehr, das geht selbst in der Box und halten. Der ist, der ist kein Spiel dabei, tatsächlich. Was? Nee. Das muss ich sehen, wie ernst. Ja, doch, tatsächlich. Also, zumindest sieht's gerade so aus. Es steht halt hier auf, äh, ne, auf, auf einer bekannten Seite. Ach so. Dabei handelt es sich nur um eine Box mit physischem Kram. Nichts davon hat Relevanz im Spiel, noch nicht mal das Gehen selbst ist in der Box enthalten. Das müsst ihr euch noch dazukaufen. Hä? Ach. Erzähl. Das heißt also, das ist irgendwie so eine Box für Fans des Spiels, aber jetzt irgendwie keine Box mit Spiel und Stuff. Wie sinnfrei ist denn das bitte? Dann wär's für mich sowieso schon gestorben. Weil ich hab mich nämlich grad gewundert, die Ultimate Edition ... Ja, alleine das Spiel kostet ja 70 Euro, so. Äh. Und dann nochmal diese Collector 170, aber ist ja auch fast bei 200 Euro. Am Arsch. Weil die Ultimate Edition kostet schon nämlich auch das Gleiche. Das hab ich nämlich eben schon nicht ganz gecheckt. Hm. Äh, da wird's die vielleicht. Obwohl ich 100 schon teuer finde. Für so ein Steelbook. Ja, 100 für so Stuff ist schon ... Ja, mal gucken. Mal schauen. Ein paar Tage sind's ja noch. Mhm. Mhm. Schau mal. Naja, auf jeden Fall. Ähm, äh, gestern ist ja hochoffiziell das, äh, Destiny ... Die Destiny-Erweiterung vorgestellt worden. Ich hab's nur kurz gesehen, bevor ich ins Bett gegangen bin, dachte ich so, ne, guck ich ja manchmal noch so auf Twitter rüber. Und alle sind irgendwie auf Destiny abgegangen und so. Ich hab nur gesehen, hier, äh, 1000 Leute haben Destiny-Post geliked. Ich wusste, dass sie irgendwas, äh, angeteast hatten. Ich hätt da jetzt aber nicht gedacht, dass sie ein komplettes Reveal machen. Äh, ich hatte jetzt eher gedacht, dass sie auf der Sony ... Die Sony-Bühne ist normalerweise eigentlich, ne? Bei Destiny, die sind ja immer noch da so ein bisschen ... Ja, genau. ... mit zu Gange. Und da hätt ich jetzt eigentlich gedacht, dass sie da was sagen. Aber sie haben schon komplett, äh, es heißt ... Oh, jetzt hab ich den Namen vergessen. Äh, auf jeden Fall irgendwas mit Forsaken. Ich glaub, Forsaken heißt es tatsächlich. Und, ähm ... Forsaken, ja. Äh, ja, es ist ja irgendwie dann, äh, mit den ... Ich fand's ein bisschen strange. Ich hab mir das nur angeguckt kurz. Und es ist halt ein komplett, komplett Ding wieder. Also 70 Euro soll das wohl kosten, das Teil. 70 Euro. Ja, so wie ich's verstanden habe. Aber es sind schon einige, ja, schon direkt angepisst gewesen. Und, äh, ja. Ist das ein neues Spiel, oder was? Aber es steht DLC. Nee, es ... Oder beschreiben die es ja einfach nur ... DLC ist es ... Ja, es ist ein Add-on, genau. Also DLC ist ja eigentlich immer das kleinere und die ... Ach so, okay, komplettes Add-on, wie jetzt bei Diablo irgendwie so oder so. Ja, ja, es ist ja jetzt ... Damals gab's ja Taken King, das war ja das erste. Und das andere war ja Rise of Iron. Ähm ... Jo. Ich bin mal gespannt. Also es gibt halt ein neues Waffensystem. Da haben's ja einiges wieder umgekrempelt. Ähm, es gibt neue Super, äh, also ich glaub, neue Fähigkeiten auch. Wahrscheinlich einen neuen Talentbaum sozusagen. Also wie gesagt, ich hab's noch nicht genau angeguckt bis jetzt. Ähm, aber wenn's eine neue Super gibt, gibt's ja normalerweise auch mal einen neuen Talentbaum, wo du halt ein bisschen wieder auszerteilen kannst. Und es gibt, es gibt jetzt einen Bogen als Waffe. Da sehe ich gerade Bilder hier. Das sieht schon cool aus. Sah eigentlich ... Der sieht so ein bisschen aus wie aus, äh, hier, ne? Ja, der ist, äh, Crysis 3 geklaut. Ja, ich hab halt auch direkt wieder an, äh, an, äh, äh, Tomb Raider gedacht. Ja, oder Tomb Raider. Und an all die anderen Großen, wo's halt mit dem Bogen zur Sache geht. Far Cry. Ähm, ja. Ich muss tatsächlich sagen, ich hab's gelesen und dachte so, ja, cool. Mal gucken. Ich, beim letzten, äh, wo so halt ... Also beim vorletzten tatsächlich eher, beim Taken King, hab ich mich halt schon ziemlich gefreut. Ähm, aber ... Ich weiß nicht. Ich muss sagen, also derzeit lässt es mich halt total kalt. Und dabei bin ich Anfang von der Destiny 2-Geschichte eigentlich richtig drauf abgegangen. Ich hab mich derbe gefreut, als es gekommen ist, weil das hat so viel besser gemacht. Aber das ... Du hast fast unterbrochen gezockt, glaub ich. Ja, ich hab's auf Xbox erst mal komplett gespielt. Dann hab ich's noch mal auf dem PC neu angefangen. Auf dem PC, ja. So, und dann, äh, irgendwann am Ende hast du gemerkt, so, äh, so der ... Die Langzeit-Motivation gilt dann doch irgendwie ein bisschen. Und da hat's dann so angefangen bei mir. Ich hab's noch lange, lange Zeit gespielt. Ich hab halt den ersten DLC auch noch direkt mir geholt. Und, ähm ... Hm. Ach, ganz okay. Das war ganz cool. Aber da hat's dann tatsächlich nachgelassen, muss ich ehrlich sagen. Ähm. Und jetzt halt den zweiten DLC, ja, dieses Warmind-Ding hab ich mir angeguckt so. Aber, nee, da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Äh, und deswegen weiß ich auch nicht, ob ich jetzt mit dem Add-on da wieder einsteigen würde. Also, keine Ahnung. Ich werd tatsächlich warten, ähm, wie es sich entwickelt. Also, beziehungsweise, was die Leute dann sagen. Aber es gibt halt auch einen neuen Raid dann dabei. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das schon bekannt ist, was das ist. Ich muss mal, wie gesagt, nachher mal gucken. Ich guck grad hier nebenbei schnell. Ähm, aber es gibt halt irgendwie einen neuen PvP-Modus oder irgendetwas. Und das nennt sich Gambit. Ähm, ja. Also, das ist irgendwie, äh ... Die möchten halt PvE-Spieler für PvP irgendwie hinkriegen. Da bin ich mal gespannt. Wie sie das Ganze machen wollen. Also, es gibt auf jeden Fall halt, ja, es ist halt, wie gesagt, neue Waffen, neue Exotics, neue Rüstung und so weiter und so fort. Hier ist halt wieder alles am Start. Äh, ich glaub, im September soll das Ganze kommen. Ja, September. Ja. Mitte September, glaub ich, hieß es eben. Ja. Ja, könnte doch eine gute Gelegenheit sein, dann vielleicht mal wieder in Destiny 2 dann reinzuschauen. Ich find einfach, der Preis ist zu herppig. Und, äh, es ist halt ... Der Preis für ein Add-on quasi fast schon Vollpreis für 70 Euro, was du gesagt hast, das ist schon eine Hausnummer. 30, 40 Euro, hätte ich gesagt, okay, für ein Add-on ist vertretbar. Mhm. Aber so, pff, ist ja dann fast schon ein eigenständiges Spiel. Alles klar. Ich muss mich korrigieren. Also, vor Sagen, das normale, der normale DLC kostet 40 Euro. Es gibt aber noch den DLC mit Jahrespass. Und der kostet 70 dann, so. Ach so. Okay, das sind zwei, also unterschiedliche Bundles, die du haben kannst. Genau. Und dann gibt's auch noch eine Digital Deluxe Edition für 80. Da ist wahrscheinlich wieder Crap dabei. Ja, ich seh's nämlich grad hier. Und dieser Annual Pass, das ist halt wieder mit den DLC-Sachen. Ach so, der sichert die DLC-Squad. Ist ja ein Season-Pass so gesehen dann, oder? Ja, genau. Also für Season 2 oder so. Es soll drei DLCs geben. Black Armory, Jokers Wild und Penumbra. Mhm. Winter 2018, Frühjahr 2018, Sommer 2019. Äh, Winter 2018, Frühjahr 2019, Sommer 2019. Okay. Endgame-Herausfragen, bla, bla, bla. Jo, also am sinnvollsten ist es dann wahrscheinlich hier das für 70 zu nehmen. Obwohl, äh, 30 für drei DLCs, ein Zehner pro Ding. Jo, kann man auch wieder sehen. Also, ne, kann auch nebenbei separat, wie auch immer. Ich glaub, tatsächlich hab ich, ähm, ich hab bei DLC, bei Destiny 1 hab ich mir die, äh, Legendary hieß sie, glaub ich auch. Also mit dem Geist da drinnen. Ja, ja. Ja, genau. Klar, da steht er. Ähm, äh, die hab ich mir geholt. Da war ja auch der, 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 der Season Pass mit dabei. Ich hab den ersten und zweiten DLC gar nicht gespielt. Wie gesagt, kurz vor Taken King erst. Äh, weil da war ja das Spiel schon bei mir irgendwie durch. Und vom zweiten, also vom, 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 äh, äh, Dingens hier, Taken King, hab ich, keine Ahnung. Ich spiel, ich glaub, ich spiel Destiny echt so saisonweise. Das kommt ja immer so zwischen September, Oktober raus. Und ich spiel das bis Weihnachten, Neujahr. Und danach ist's fertig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Danach ist die Luft raus bei mir irgendwie. Ich auch, wenn ich's echt cool fand. Und das erste hab ich richtig gefeiert. Ich mag das Spiel und so weiter und so fort. Aber die DLCs sind jetzt auch nicht so umfassend, äh, dass du dir da irgendwie noch, keine Ahnung, zig Spielstunden da rausholst. Und ich glaub tatsächlich, ich bin mit dem normalen Add-on wahrscheinlich zufrieden, wenn ich's mir überhaupt hole. Weil, naja, ich weiß es nicht. Ich, ich muss mal gucken. Günstiger wird's wahrscheinlich eh nicht werden. Von daher, wenn man, wenn man Interesse daran hat, würde ich's mir halt direkt am Anfang holen. Weil dann auch noch alle an Bord sind. Für 40. Richtig. Ja. Mal gucken, mal gucken. Jetzt muss ich das halt überlegen, ob das einem wert ist. Ja, so wie alles, ne? Das ist halt so. Aber, wie gesagt, ich find's halt interessant, äh, was zurzeit so ein bisschen abgeht. Ähm, dass halt so viel Zeug vor der E3 schon offiziell halt präsentiert wird. Wie gesagt, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen über, über Rage 2 geredet. Ich glaub, ja. Ja, ich glaub halt, bei Rage 2 macht's vielleicht noch Sinn, weil der erste Teil ja nicht so erfolgreich war. Und wenn's halt wirklich auf der E3 zur Sache geht und, äh, keine Ahnung, tausende Trailer von total geilen Spielen präsentiert werden, kann natürlich sein, dass Rage da untergeht, weil's auch noch nicht so das Bombending war. Aber, das kann ich schon verstehen, dass man einfach sagt, okay, wir haben so viel, weil, ja. Ich wollt nur sagen, die Erwartungshaltung ist wahrscheinlich noch mal ne ganz andere. Eben aus dem Grund, weil das erste Spiel jetzt nicht so dem Erwartungen entsprach und vor allem, weil halt auch die Macher von Doom dahinter waren, hat man natürlich gedacht, boah, könnte echt ein geiles Spiel werden. Und dann war's halt nicht der Fall. Deswegen haben sie sich wahrscheinlich dann gedacht, mit Rage 2, wollen wir's dann halt besser machen, vielleicht kann man dem Ganzen auch mal ne Chance geben. Das ist halt so, was ich mir halt denke. Also, das Setting und so ist ja auch megacool und ich find dieser Trailer, der macht richtig Bock, das sieht so gut aus. Das hat mich direkt an Mad Max Fury Road erinnert, das war ja auch so übelst abgedreht, der Film. Haben aber viele gesagt, dass es so in die Richtung geht, aber das ist ja auch gut. Ich mein, so post-apokalyptische Sachen, das ist immer geil irgendwie, hat man ja im Fallout gesehen. Das Setting von Fallout, das ist ja immer noch, weiß ich nicht. Mag ja sein, dass es auch so ein bisschen altbacken und ausgelöst ist, dieses post-apokalyptische, aber mir macht das total Spaß. So eine post-apokalyptische, dystopische Welt zu laufen mit irgendwelchen Creeps und alles ist abgefuckt und kaputt. Ich find das irgendwie toll. Das kommt auch immer ganz drauf an, wie das präsentiert wird. Ich meine, Fallout ist ja jetzt, oder halt Fallout und Rage ist das schon ein bisschen einzigartig. Ich mein, es gibt ja nicht so viele Spiele jetzt in der Richtung. Klar gibt es immer irgendwo was, post-apokalyptisch kannst du immer so viele Spiele auf sein. Dann kannst du auch ein Dead Rising dazunehmen mit den ganzen Zombies und wie auch immer. Aber halt dieses in der Wüste und alles ist so runtergekommen. Aber Nuclear War, meine ich ja, das ist ja das, was zählt. Das ist ja der Hauptaspekt des Spiels. Wie die Welt nach einem nuklearen Krieg aussieht und was die Überlebenden überhaupt verbracht haben. Beziehungsweise was ist ihre Geschichte und alles mögliche. Ich mein, bei Nier Automata ist das zum Beispiel auch post-apokalyptisch. Das ist ja auch alles kaputt und voller Maschinen und sowas. Das geht ja so ein bisschen Richtung Terminator. Und du bist ja auch selber so ein Android. Und naja, das ist dann halt auch so. Die Welt ist komplett in sich verschwunden. Bei Dings fand ich das auch ziemlich geil. Es war auch ein sehr geiles Spiel, muss ich zugeben. Was auch nicht viele auf dem Schirm hatten, war, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie das heißt. Da hat man mit Triss und Monkey gespielt. Das war auch so ein... Triss und Monkey. Monkey, okay. Ja, genau. Donkey Kong Country, Triss Returns. Nee, das hat auch so einen Untertitel, Odyssey to the West. Ich bin mir nicht mehr sicher genau, wie der Titel hieß. Aber das hatte auch eine sehr, sehr geile Story. Und das Gameplay wäre halt auch mehr so drauf ausgelegt, dass du ihr halt hilfst. Also es sind zwei Charaktere. Weil sie ist mehr so die Technik-Affine und er ist halt mehr so der Muskelprotz, der halt auch gut klettern kann. Und da schleißt du dich quasi auch durch diese post-apokalyptische Welt. Und kann man fast schon so ein bisschen mit Horizon vergleichen. Also auch viele Maschinen unterwegs und so. Und das Ende von dem Spiel war total mein Fuck. Horizon, das wollte ich auch noch holen. Wenn du das gerade sagst, stimmt. Da bin ich immer noch im zweiten Teil. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Das ist vielleicht... Obwohl, Horizon war ja erst letztes Jahr. Von daher. Ja, aber dass es damit mal weitergeht, kann ich mir gut vorstellen. Das ist jetzt nicht... Ja, das auf jeden Fall. Mit einem einzigen Ableger. Nee, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, auf dieser E3 werden sie es wahrscheinlich nicht zeigen. Nee, das glaube ich nicht. Also so schnell sind die da auch, glaube ich nicht, dass sie dann schon was Neues... Das muss ja auch den qualitativen Ansprüchen entsprechen. Das muss ja auch gegeben sein. Ich wollte noch irgendwas sagen. Jetzt habe ich es vergessen. Toll. Ach so, mir fällt noch gerade was ein. Habe ich ja komplett vergessen. Was ich noch gezockt hatte. Hatte ich zumindest mal angefangen. War noch nicht besonders weit. Agony habe ich ja. Ach ja, okay. Alter, Scheiße. Diese Spiele sind so kaputt und gestört. Macht aber so viel Spaß. Aber es ist so schwer einfach. Hätte ich nicht gedacht. Aber das ist sowas von Rated M. Also richtig. Boah. Knackig. Also überall Brüste und sonst irgendwas. Nackte Körper und geteilte Körper. Also für Leute, die Camp Blue sehen können, ist das Spiel definitiv nichts. Oder Leichenberge oder sowas. Das war ein Indie-Spiel aber auch, oder? Ja, liegt beim Preis von 30 Euro oder 40, glaube ich. Okay. Ne, derzeit nicht. Ach so, ja genau. Was ich eben noch sagen wollte mit den ganzen Veröffentlichungen und sowas. Ich finde halt bei Rage ist es zum einen auch nicht, das ist ja nach so einem Asteroiden- oder Meteoriteneinschlag oder wie auch immer. Das ist ja so ein, also zumindest im ersten Teil war es ja irgendwie ein Typen, den sie da in so einem Bunker sozusagen, so ein bisschen Fallout-mäßig auch. Ja, in so einer Kapsel war das. Ja, du hast jetzt zu den Auserwählten gehört. Ich fand's eigentlich, wie gesagt, ich hab ja nicht so viel gespielt. Ich hab's vielleicht die erste Stunde oder ein bisschen mehr so angezockt. Ich hatte's ja durch. Ja, okay. Ja gut, dann kannst du ja noch mehr. Ich hatte eine Presseversion bekommen damals und hab das dann, glaube ich, in der Woche oder so hatte ich's durch, ungefähr. Also das Problem, das ich damit hatte, ist überwiegend eigentlich, dass es selbst auf schwer nicht besonders schwer war irgendwo. Also es war doch ziemlich stellenweise leicht, fand ich jetzt. Story war jetzt auch ein bisschen platt. Aber dass du dann Fahrzeugmodifizierung konntest, das fand ich einerseits eine coole Sache. Das Setting war cool, wie gesagt, in dieser Wüste so postapokalyptisch, aber auch von der KI her war die jetzt nicht so helle. Also weiß ich nicht. Und die Animation der einzelnen Charaktere war auch ziemlich, ziemlich schläbig. Ja, gut, dazu kann ich ... Ich hab noch mal ein bisschen mehr rausholen können. Dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil A ist das Spiel natürlich jetzt schon ein paar Tage alt und dann sieht's natürlich eh schon ein bisschen schlechter aus, als es damals vielleicht war. Aber ich hab immer gehört, dass eigentlich der Shooter-Part ganz gut gewesen sein soll, nur dass das Autofahren irgendwie da viele genervt hat. Ich weiß nicht, ob es irgendwie Rennen oder sowas gab. Ja, es gab Rennen. Es gab auch so Sachen, wo du eine Mission hattest, wo du zum Beispiel halt von irgendwelchen Banden was holen musstest. Dann musstest du halt Autorennen gegen die Pfanne und ihre Fahrzeuge zerschrotten und dann musstest du sie nur platt machen. Ich glaub, das war das, was vielen nicht gefallen hat. Also, das Shooter-Ding hat sich eigentlich so für mich jetzt auch ganz gut angefühlt erst mal. Gut, die KI weiß ich jetzt auch nicht. War jetzt am Anfang auch nicht so die hellste. War jetzt aber auch so Standardgegner, von daher, keine Ahnung. Es gibt ja später noch richtige Boss-Fights und richtig große Klopper wie ein Fallout. Also, bist du die mal plattgekriegt, das dauert schon. Vor allem kommen ja noch kleinere Gegner zwischendurch, da ist die Action schon gut. Aber ich sag mal, überwiegend so die Gegner, die halt auftauchen, hast du halt diesen Bumerang. Oder was das war? Aber damit kannst du die rein theoretisch auch fletschen. Also, du hast halt ein gutes Arsenal an Waffen, sag ich mal. Die sind doch allesamt gut designt. So ist es nicht. Aber manchmal war es auch so ein bisschen schwer, die Hitboxen einzuschätzen, weil ich hab zum Beispiel irgendwo in die Luft geschossen und hab ihn trotzdem getroffen. Und ich mir dachte, was? Okay. Warum nicht? Hast du die Kugel in der Kurve geschossen? So Matrix-mäßig. Irgendwie bei Wanted. Ja, genau. Der war geil. Ja, was gab's denn sonst noch? Was haben wir jetzt gesagt? Fallout 476. Gut, da haben wir letztes Mal schon ein bisschen drüber diskutiert. Ist ja, glaub ich, auch nix Neues bekannt. Also, es wird ja wahrscheinlich ein Online-Ding sein. So ein Rust-Clone. So ein Rust-Clone. Ja, bei Bethesda jetzt. Ansonsten eigentlich nichts mehr großartig. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass Nintendo gesagt hat, sie wollen, äh, Smash Bros. zeigen. Da wird's auf jeden Fall was zu geben. Ja, das wird, da wird's auf jeden Fall was zu geben. Aber das haben sie jetzt offiziell gesagt, dass es da, dass da was gezeigt wird. Was zu Pokémon, Let's Go Pikachu und Evoli werden sie nochmal zeigen. Ja, stimmt, stimmt. Das auf jeden Fall. Wie findest du das, dass sie sowas rausbringen? Ich weiß ja nicht. Also, sie haben ja gesagt, es kommt nächstes Jahr tatsächlich ein richtiges, vollwertiges. Ja. Ja, also ich glaube, das richtet sich auch, und da hab ich auch ein Video zugesehen, wo wirklich Leute das so ein bisschen genauer erklären, wie die ihre, also, wie sie dazu stehen, was denen ihre Meinung ist. Und da teile ich die Meinung schon, muss ich sagen. Weil das ist mehr so für die Leute, die Pokémon Go feiern. Ja. Und das steckt ja auch im Namen. Deswegen haben da so viele gesagt, äh, was ist das? Das ist ja kein vollwertiges Pokémon. Ja, es steckt ja auch im Titel. Strenn mal deinen Grips an. Das ist wie, ähm, weiß ich nicht. Wenn ich damals Pokémon rot, blau und, äh, rot und blau gab, so, du hast zwei Versionen, also gibt's ja unterschiedliche Pokémon wieder. Und die fängst du halt nach dem gleichen System wie bei Pokémon Go. In dem Fall hast du diesen Joy-Con oder du hast halt diesen Pokéball, den es dann gibt. Und dann wirfst du halt und fängst dann die Pokémon. Und die Kämpfe gestalten sich wahrscheinlich auch eher so, dass du halt gegen Trainer kämpfst und so weiter. Wie es mit Online-Funktionen aussieht, weiß ich noch nicht. Aber du darfst dann auch in einer offenen Spielwelt rum und kannst dann halt deine Pokémon fangen und trainieren. Also es ist jetzt, ähm, soweit ich das verstanden habe, wie die damaligen Versionen Pokémon blau und rot. Also du hast die ersten 150 Pokémon, beziehungsweise 151. Ich glaub, Mew gibt's auch. Und das ist halt eher so ein kleineres Spiel, sag ich mal. Also es ist kein neues Pokémon, sondern greift eher so die alten Pokémon auf. Ja, genau. Das ist jetzt an sich nicht verkehrt. Ob ich's mir jetzt für die Switch holen werde, weiß ich noch nicht. Ob mich das wirklich anmacht. Es gibt ja stellenweise noch ein paar Videotheken, vielleicht find ich's ja irgendwo mal, für einen schlappen Euro, um mir mal zum Ausladen, mir einen Eindruck zu verschaffen. Ich mein, es ist eine Cartridge. Und dann mal reinkloppen und dann mal gucken, ob das was für mich ist. Ja, es ist ja auch auf jeden Fall an Pokémon Go geknüpft. Das heißt, wenn du da die Monster findest, fängst, wie auch immer, dann kannst du die synchronisieren und dann hast du's auch in dem Spiel mit drin. Ich find halt auch ein bisschen schade eigentlich, dass es halt, ja, eigentlich genau das gleiche Prinzip hat, wie du hat gesagt, dass es halt, wenn dann nur halt gegen Trainer irgendwie so antrittst und nicht gegen die wilden Pokémon. Find ich eigentlich ein bisschen schade. Aber okay, ist vielleicht ein Easy-Spiel für zwischendurch und gekoppelt mit dem Go-Ding. Ja. Ja, was von Nintendo auch noch angekündigt werden könnte, wäre vielleicht noch mal ein paar neue Infos, aber das ist ja immer so dieses, ja, vielleicht zeigen sie was, vielleicht zeigen sie was nicht, zum neuen Metroid-Teil. Hoffe ich halt immer noch. Ja. Wer weiß, ob sie da was rauszeigen, aber was definitiv bestätigt war, ist halt Smash Bros. und, äh, Let's Go, Pikachu und Evoli. Dass sie dazu noch ein bisschen was zeigen werden, das wird sich dann halt, äh, herausstellen, wenn die Pressekonferenz dann ist, was die noch auf dem Zettel halt haben. Apropos, wo du gerade Pressekonferenz hast, hast du gerade die Termine noch am Start, oder? Ähm, die Termine der Pressekonferenz sind jetzt selber, oder was? Aha. Ja, aber ich kann mal gucken gerade. Weil ich weiß ja nicht mal genau, also ich glaube, am Montag geht's ja dann offiziell los irgendwann. Ähm. Willst du ja mal gucken? Ich kann die wahrscheinlich echt nur im Nachhinein schauen. Das ist halt ein bisschen ärgerlich, aber okay. Ja, ich muss da auch alle nachholen, weil die sind natürlich dann... Ja, warte, warte, warte. Ich hab's gerade. Ach so. Äh, ah, voll, das ist nicht richtig sortiert. Egal. Auf jeden Fall Square Enix, äh, fängt am Montag, glaube ich, an, 19 Uhr. Ja. Dann haben wir noch, äh, Ubisoft ist auch am Montag um 22 Uhr. Mhm. Äh, Bethesda um 3.30 Uhr nachts. Mhm. Ein bisschen später, wer könnte es mir zum Frühstück angucken? Äh, ja, ich glaube, das ist alles am Montag. Dienstag haben wir dann, ähm, um 24 Uhr PC Gaming Show. Die war letztes Jahr ein richtiger Flop. Mhm. Äh, oh, am Samstag, äh, am Samstag, am 9. Juni ist ja schon EA. Ja, sag ich ja, am 9. gibt's schon los, am Samstag. Ah, am 9. Ah, okay, 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 da hab ich nichts dazu. Und Sonntag ist die Microsoft-Presse. Am Sonntag? Was ist denn das für Zeiten? Das war doch sonst nicht so, oder? Am Wochenende, auf den Sonntag? Um 22 Uhr. Das könnte ich mir geben sogar. Okay, also nochmal, dann. Ja. Sony ist am Dienstag. Die machen wir den Abschluss. Genau. Also wir haben am 9. Juni 20 Uhr Electronic Arts. Dann haben wir am 10. Juni 22 Uhr Microsoft. Am 11. äh, Juni 2018 ist um 3.30 Uhr dann halt Bethesda. Dann um 5 Uhr ist die Werber, äh, die Werber Digi-Shell. Dann ist 19 Uhr am 11. Square Enix. Dann um 21 Uhr Limited Run Games. Dann haben wir um 22 Uhr Ubisoft. Am 12. geht's los, äh, beziehungsweise steht als erster Termin drin eine PC-Gaming-Show. Dann Sony um 3 Uhr und 18 Uhr ist Nintendo. Und Nintendo ist das Schlusslicht. Und so ein bisschen diese Auflistung hier, die ich habe. Ah, tatsächlich. Ja, stimmt. Nintendo 18 Uhr. Jo, ja. Bin ich mal gespannt. Viel zu gucken, auf jeden Fall. Mhm. Aber ich muss ja trotzdem sagen, ich finde, ich finde, ich finde es ja schön, dass die Livestreams in den letzten Jahren immer sehr konstant und sehr gut laufen. Dass da eigentlich wenig Probleme mitgibt und dass du da halt immer schön die Dinger live gucken kannst, wenn du Bock drauf hast. Ja, ist schon schön, wie weit wir gekommen sind mit der Technik. Ja, ich finde es auch gut, dass, äh, unter anderem halt nicht nur viele Fortsetzungen kommen, sondern auch einige neue IPs. Das, äh, freut mich. Zum Beispiel halt von Ubisoft's Skull & Bones. Das ist ja dann so quasi der Konkurrenzkandidat, der es auf jeden Fall richtiger machen wird, äh, zu Sea of Thieves. Ja, es ist, ich finde... Und ist natürlich auch, ist ja an sich auch ein anderes Gameplay, was du da natürlich hast, aber es sieht auf jeden Fall auch technisch besser aus. Das auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja, äh, es basiert ja eigentlich auf, äh, Assassin's Creed Black Flag, das ist ja diese Physik-Engine, die sie da genommen haben mit dem, mit dem, äh, mit dem Segelboot, wollte ich schon sagen, mit den, mit den Schiffen dort. Und das Ding ist halt, äh, das ist halt das, was ich immer ein bisschen schade fand daran da, wie du gerade gesagt hast, ist halt ein anderes Genre so. Es ist halt nur Schiffskampf und halt kein, kein Erforschen, kein Piraten. Ja, aber so haben sie es zumindest damals gezeigt. Vielleicht haben sie ja ein bisschen dran gearbeitet. Wäre natürlich cool, wenn du auf einmal sagst, ja, hier, kannst du auch an Land gehen, kannst du auch Schätze suchen, kannst du auch mehr als so eine Kiste ausbuddeln, so. Das wäre halt, äh, hm. Mal gucken. Was, was ich jetzt auch noch unter anderem halt sehe bei Sony, ähm, ich meine, einen, die meisten Titel sagen mir was, aber zum Beispiel, äh, Dreams. Also ich hatte auch nicht, was das sein soll. Steht ja auch auf der Liste, was gezeigt werden könnte bei der Sony-Pressekonferenz. Okay. Hast du davon mal was gehört, was das sein soll? Dreams? Noch nie gehört. Okay. Kann natürlich sein, dass es wieder irgendein, äh, entweder ein VR-Ding. Ähm, obwohl ich weiß gar nicht, ob so VR noch irgendwie groß pushen, weil sie ja mal letztens eine Meldung rausgegeben und haben gesagt, dass die Zahlen, äh, dass sie davon unterwältigt sind. Echt jetzt? Ja, es läuft halt nicht so, aber war ja klar. Ich meine, das ist halt, ist halt recht teuer, es ist, weiß ich nicht. Ah, okay, ich sehe gerade ein paar Bilder zu Dreams. Ich weiß, ich bin dunkel, ich mach gleich Licht. Ähm, es sieht anscheinend nach so einem knuffigen, äh, könnte vielleicht 3D-Jump'n'Run sein oder Action-Adventure mit so, was ist denn das, ein Teddybär oder ein Fuchs oder sowas. Oh Gott. Also es ist irgendwie ein kleines, niedliches Spiel. Nee. Conker, ich will Conker sehen jetzt. Also Microsoft, ich bin so gespannt und ich freu mich auch tatsächlich, dass Microsoft, äh, mit den Anfang macht am Sonntag. Zumindest mit als erstes ungefähr dabei ist. Und da bin ich echt gespannt, was die zeigen, weil wenn, 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 wenn da nichts, also wenn da nicht irgendwie, äh, ein, mindestens ein Feuerwerk abgefeuert wird, dann sehe ich da schwarz, dann ist Schicht im Schacht. Also dann können sie eigentlich einpacken, alles ransetzen, dass die nächste Konsole halt top wird. Mhm. Weil dann ist die, die Generation gelaufen. Also wie gesagt, Halo wird auf jeden Fall kommen, muss. Aber ansonsten, irgendwas ist mir noch eingefallen letztes Mal. Aber ich hab's vergessen, ich weiß nicht. Also wie es hier beschrieben ist, äh, zitiere ich mal aus meinem MMO, ist, äh, für den Auftritt von Microsoft gibt es noch, äh, nicht zu viele Informationen. Das heißt aber nicht, dass es keine Highlights, äh, dass keine Highlights kommen. Denn immerhin spricht Microsoft vom größten Auftritt aller Zeiten. Wie jedes Jahr? Ja. Gefühlt. Das bedeuten bereits, äh, Gears of War 5, vielleicht eine Ankündigung dafür, Fans hoffen außerdem auf Neuigkeiten zu Halo oder Crackdown 3. Bisher ist nur Forza Horizon 4 bestätigt. Ja, aber es ist doch alles nichts Neues, weißt du, da kannst du auch in Gears of War 5, in Halo 6, Alter, das ist die Nummerierung alleine schon. Und dann nochmal neues Dead Rising vielleicht oder so. Ja, aber ist das nicht sogar schon in der Mache? Ist das nicht offiziell schon? Inoffiziell? Ich weiß, ich weiß es nicht. Aber das ist sowas, weißt du, also wenn sie das zeigen, äh, also mich können sie einfach nicht mehr begeistern, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich war eigentlich voll der, voll der Halo-Fan, aber seitdem es nicht mehr in Bungie's Hand ist, muss ich sagen, äh, also Teil 4 war nicht so meins, fand ich nicht so prall. Optisch ja, spielerisch weniger. 5 hab ich gar nicht gespielt und, äh, wenn sie jetzt sagen, hier Teil 6, ne, ist, kommt, bleibt. Ja, der Abschluss, mal wieder, finish the fight, äh, die zweite. Nö, weiß ich nicht, ob ich da, ich mein, klar, die Xbox steht hier, also, wenn es mal günstig ist, ich hab letztens, äh, Halo 5 in der Limited oder so gesehen, für 15 Euro hab ich auch kurz überlegt, dachte ich so, ja. Aber da dachte ich so, warum, ich hab eh keinen Bock, das zu spielen, also von daher, mal schauen. Aber ich fand halt, ich glaub, Scalebound haben sie mir mal angezeigt, das ist aber auch schon, glaub ich, längst wieder gecancelt. Was ich halt echt cool fänden würde, ich bin mir grad gar nicht mehr sicher, wie's geendet hat, aber, äh, zweiten Teil zu Quantum Break fänd ich halt cool, weil das war ein cooles Konzept, ein geiles Spiel eigentlich, bis auf das Ende. Fand ich, fand ich auch. Aber, äh, wie wir alle wissen, äh, Remedy sind ja nicht so die schnellsten. Mhm. Von daher wird's wahrscheinlich diese Generation nix mehr werden. Aber dafür, schade. Top-qualitative Spiele. Oder halt ein Alan Wake irgendwie neues. Das wär auch, Alan Wake fand ich auch richtig gut. Und Alan Wake 2, wow, ist schon geil. Ja. Ja, es gibt hier noch ein paar andere Spiele, die aufgelistet sind, die, äh, bestätigt wurden, kann ich mal so eine Liste durchgehen, da ist Adventure Time Pirates of the Aschidrion, A Black Tale Innocent, äh, Call of Cthulhu, Call of Duty Black Ops 4, dann haben wir Call of Guardians. Die, Project Reds, neues Spiel, vermutlich Cyberpunk 2077, steht sogar in Klammern so, äh, Defenders Quest, Valley of the Forgotten, DX, was auch immer das sein mag, Farming Simulator 19, Fear the Wolves, Fortnite, äh, Galak Z, Variant S, Greedfall, äh, Insurgery, Sandstorm, Megaman 11, Monster Hunter Generations Ultimate, also für die Switch, äh, O, Oblets, Rollercoaster Tacoon Switch, äh, Zable, Serious M4, Planet Badass, Spintiles Modrunner, Strange Regards, Street Fighter V Arcade Edition, The Surge 2, Team Sonic Racing und Vampire. Bei Vampire ist der Dawson. Wollte ich gerade fragen, ist das nicht gerade irgendwie rausgekommen? Ne, gestern. Ah, oder vorgestern. Ja, weil meine Twitter-Timeline war voll mit irgendwas und ich glaub viele waren nicht. Ja, man hat auch mit irgendwelchen Let's Plays und sowas. Kennt das gar nicht. Immer das Gleiche. Ja, ist ein cooles Spiel, also vom Setting her ist es voll meins. Okay. Spielt das in London, äh, zur, ich weiß gar nicht, 18., 19. Jahrhundert und so, da ist halt ein, äh, Doktor, der halt, äh, gegen die Pest oder Epidemie, gegen eine Epidemie kämpft und wird dann von einem Vampir angegriffen und ist gleichzeitig, äh, ja, Heiler und, äh, Henker zugleich. Und du hast halt die freie Macht zu entscheiden, welche Leute du aussagst und welche du umbringst dann quasi, aber dementsprechend, ähm, kommst du vielleicht an Informationen nicht mehr ran. Okay. Und es hat halt viel, äh, auch mit, ja, Kämpfen zu tun und so weiter und so fort. Also, es sieht schon grafisch-technisch auf jeden Fall sehr gut aus, wie sich das schlussendlich spielt, weiß ich noch nicht. Aber du wirst auf jeden Fall einen Titel, den werde ich mir auf jeden Fall noch holen. Okay. Na, schöne neue IP. Ja, ich lese gerade hier schon wieder, äh, Diablo 4, wäre sich, wäre gewünscht. Ja, das ging ja heute durchs Netz auch, dass, äh, Bethesda, äh, Bethesda sag ich, dass Blizzard an einem neuen Diablo arbeitet, weil sie nach Leuten suchen für ein neues Diablo. Ja, also. Wie gesagt, also man eigentlich, eigentlich wäre ja irgendwas in Richtung Warcraft, unabhängig vom, 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 äh, WoW jetzt mal wieder dran. Aber, ja, aber der Aufstand nach Warcraft 4, der wurde, wurde ja von Jahr zu Jahr immer größer. Und wenn sie es auf der Engine bauen würden von Starcraft 2, könnte da echt was Cooles draus werden. Aber, hm, vielleicht kommt, äh, Diablo 3 nochmal irgendwie ein DLC, das wäre ja eigentlich auch ganz cool. So ein eigenständiges Spiel ist nicht so ein, äh, Totenbeschwörer für 15 Euro, sondern vielleicht nochmal wirklich außer dem einen DLC, den es halt gab, vielleicht noch irgendeinen zweiten. Oder vielleicht auch nochmal irgendwie ein, weiß ich nicht, ein neues Diablo könnte ich mir mal gar nicht vorstellen. Ja, es ist auch noch gar nicht so alt irgendwie, oder? Ja, ich glaube, wie alt ist es? Drei Jahre oder so? Ungefähr. Bisschen, nee, länger, länger, länger. Vier, fünf, vier, fünf Jahre ist es definitiv schon, ja. Ja, okay. Nee, aber es ist... Da habe ich noch in Zürich gelebt. Aber wenn du mal überlegst, wie lange das alleine gebraucht hat, bis Diablo 3 rauskam, und das kann ich mir bei, bei, das kann ich mir bei Blizzard nicht vorstellen irgendwie, ich weiß es nicht. Never. Aber ich fände es cool, wenn sie damit was machen würden, weil ich hab, ich hätte immer wieder Bock, zwischendurch das zu spielen, aber dann werfe ich es rein. Ja, Overwatch war zwölf Jahre in Entwicklung. Ja, okay, das kann's, ja, das war ja mal als Projekt Titan, und das sollte ja was ganz anderes werden, und aus dem Scherbenhaufen ist dann halt, ne, Overwatch entstanden, das ist ja noch was anderes. Und so, aber wenn du jetzt Diablo nimmst, das ist ja klar, was es wird, das ist ja jetzt nicht auf einmal ein First-Person-Shooter. Ja, aber was wäre der Inhalt, das ist halt so das, was ich mich frage, was passiert, das ist halt das, es ist ja, es ist ein Storytelling-Spiel, die Story muss ja geil geschrieben sein. Ja, es ist ja... Vielleicht suchen sie da ein paar neue, vielleicht suchen sie auch einen neuen Schreiber, kann ja auch sein. Also, Story in dem Spiel ist schon vorhanden, auf jeden Fall, aber im Prinzip, glaub ich, die meisten spielen's einmal durch, und danach wird nur noch gelootet und geballert und, äh, ja. Ja, das hieß ihn halt gespielt. Ja. Ja, das ist, glaub ich, ja. Dann hast du noch eine Rüstung gefahren und aufgelevelt. Jo, stimmt, äh, von, von Square Enix soll ja so ein, äh, ein Avengers-Game kommen. Ja, ich weiß. Da bin ich mal gespannt, was daraus wird. Vielleicht zeigen sie das ja. Das wär noch gut. Ja, da sind viele drauf, auch scharf, was zu diesem Spiel zu sehen, außer jetzt zu Shadow of the Tomb Raider und, ähm, das, äh, Final Fantasy VII vielleicht noch mal oder Kingdom Hearts III. Ja, Kingdom Hearts III ist ja auch schon ewig drin. Aber überleg mal einfach jetzt, wir haben jetzt, äh, Avengers 4, Infinity War, äh, zehn Jahre Marvel, und es gibt eigentlich so gut wie kein einziges brauchbares Spiel, beziehungsweise gibt's eigentlich fast gar keins. Also, die Lego-Sachen jetzt mal ausgenommen. Es gibt halt nur noch Marvel vs. Capcom, aber das war's auch schon. Aber, aber, aber ist, ist, ist kein einziger in der Lage, vielleicht mal aus der IP, oder es muss ja nicht unbedingt mit dem Film zu tun, aber einfach so die Marvel-Dinger, dass da noch keiner gesagt hat, ja, die, nehm ich, da ist gerade gut, Geld mitzumachen, wenn du ein geiles Spiel machst und so, Open World. Die Lego-Spiele sind richtig gut, muss ich immer wieder sagen, also, äh, sind natürlich ein bisschen anders. Es kommt ja auch ein neues, es kommt ja auch ein neues, es kommt ja auch ein neues Lego-Spiel raus, ne? Ja, es kommt ja immer ein neues Lego-Spiel raus. Ja, aber Lego DC Valiance, äh, Valiance. Okay. Dann spielst du quasi die Böse, weil ich das in DC-Universum den Joker und das weiß ich noch alles. Wow, was hat das gerade? Weiß nicht, ich hab nichts gemacht. Das klang halt, als wäre ein Vogel hier, wo ein Mikrofon eingesperrt wäre. Bip, bip. Ja, ein bisschen unangenehm. Ja, ich sehe noch bei, äh, Ubisoft und unter anderem halt Beyond Good and Evil 2, da gab's ja schon mal so ein bisschen, ähm, Gameplay-Material zu sehen, auch wie das Kampfsystem da funktioniert, bin ich noch nicht wirklich von überzeugt. Ja, hab ich noch ein bisschen was zugesehen. Gameplay-Material hab ich noch gar nichts davon gesehen. Ich weiß nur, dass es damals angekündigt hatten und noch nicht mal mit der Entwicklung angefangen hatten, also letztes Jahr. Ja, es gibt, es gibt schon ein bisschen was zu, aber. Ah. Sieht noch nicht so überzeugend aus, sag ich mal. Okay. Steht ja auch noch ein anderes Spiel da, was ich halt auch nicht kenne, das heißt, äh, Transference. Okay. Ubisoft. Hm. Von Ubisoft, okay. Mhm. Ja, Ubisoft ist sowieso so mal. Also, Ubisoft hat ja immer ihr normales Standardprogramm und ich glaub auch nicht, dass es dieses Jahr anders werden wird. Sie werden ihre Sachen zeigen. Äh, und dann wird's bestimmt wieder so, ah, hier, äh, so Apple, like, one more thing. Ich würd fast auf den Watch Dogs 3 tippen. Ja, Watch Dogs 3, das wär toll. Also, noch mal einen neuen Assassin's Creed bitte nicht. Äh, doch, doch, stimmt. Assassin's Creed haben sie ja schon angeteased. In, äh, im römischen. Im römischen. Stimmt. Ja, also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob's fake war, aber ich hab letztens ein Bild gesehen, äh, auch auf Twitter, äh, oder, ich kann da grad googeln nebenbei. Und, ähm, äh, es, äh, so viele, es, 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 es geht, äh, ah, was Bethesda unter anderem auch noch zeigt, was ich vergessen habe, ist, äh, ein SDLC. Ja, Assassin's Creed Odyssey, confirmed by Ubisoft, ja, das spielt im, äh, im, äh, Dingens hier, äh, im römischen Gedöns, da. Hm, yes. Könnte cool werden. Müssen wir mal schauen, bis es was zu sehen gibt dazu. Ja, ach, Assassin's Creed. Ähm, zu Prey soll jetzt ein DLC kommen, hat, äh, Bethesda bestätigt. Hm. Dass wir dazu noch mal was zeigen wollen. Ähm, ich seh noch grad jetzt hier zu Transference, komischerweise sieht das Logo ein bisschen aus wie von Dead Stranding, äh, ist ein VR-Spiel, ein Shooter, sieht von, da ich jetzt gerade Prey gesagt hab, auch so von der Machart so ein bisschen nach Prey aus. Okay. Also, vielleicht könnte das nochmal ein cooles VR-Spiel sein, weiß ich nicht ganz genau, also hier steht so ein PlayStation 4 drin, ob's da für den PC noch erscheinen wird, weiß man nicht. Hm. Ah, genau, das ist ja auch noch ein Spiel, auf das ich sehr, sehr heiß bin, zumal das halt auch ein rundenbasiertes Spiel ist so, top-down-Ansicht, äh, Mutants, Year Zero. Was ist das? Ähm, das ist quasi ein Spiel, wo so drei Protagonisten sind und das ist einmal diese Ente mit so einem komischen Crossbow, dann hat man diesen Schweinetypen mit seiner Pistole und da ist noch irgendwie so ein, sie sieht aus wie ein Mensch, hat aber so graue Haut. Da gab's auch schon einen Trailer zu, wo die auch in so einer post-apoglipischen Welt unterwegs sind und treffen auf irgendwelche Monster und vom Gameplay her hat man auch schon ein bisschen was zugesehen. Ist halt mehr so rundenbasiert, äh, top-down-Strategie-Shooter-Gedöns und, aber es sieht schon sehr, sehr witzig aus. Ich glaube, das ist von Ubisoft, beziehungsweise gepublished von Ubisoft, ich bin mir nicht sicher. Hm. Hm. Ist das, äh, Ori, Ori und die, äh, der zweite Teil? Ori and Blind Forest. Ne, der zweite Teil, ist der schon draußen, ne, ne? Äh, ne, soweit ich weiß noch nicht. Also, ist mir nicht bekannt. Letztes angekündigt worden? Ich weiß gar nicht. Bin ich mir nicht sicher. Weiß nicht, ob's letztes Jahr auf E3 war oder einfach so nebenbei irgendwie mal, dass gesagt wurde. Weiß nicht. Weiß gar nicht. Von BioWare gibt's da noch eins, was rauskommt, das ist Anthem. Stimmt, genau das wollte ich noch letztes Mal, das ist mir noch eingefallen. Ähm, war das nicht, äh, ging das nicht so ein bisschen Richtung Xbox? War da nicht irgendwas? Richtung Xbox? Haben sie das nicht auf der, auf der, äh, Microsoft-Pressekonferenz letztes Jahr gezeigt? Äh, ich glaube, dass sie es bei Microsoft gezeigt haben, ja. Glaubt nämlich schon, ne? Sie haben es nämlich angeblich auf dieser Xbox One X dann gezeigt. Meine ich zumindest, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das wollte ich nämlich noch sagen. Ja, und das ist halt das Ding. Ja, das ist gut zu sein. Aber ich glaube, ich glaube, das wird halt, wenn eh so ein, äh, so ein, äh, so ein, so ein Destiny-Deal wie Sony den hat mit irgendwelchen, hier ein exklusives, ein exklusiver, äh, äh, Schnibbelibib-Dungeon, was auch immer, wie heißt das da? Äh, ich hab so viel Destiny gespielt, ich weiß nicht, wie das heißt. Du weißt, was ich meine. Wo man reingehängt, den Boss tötet. Äh, Strike, Strike, Strike. Strike, ja. Aber ich glaube nicht, dass es komplett oder zeitexklusiv wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wäre natürlich Hammer, wenn sie sagen, hier, äh, übrigens, Anthem gehört uns. Dann muss ich sagen, wenn es ein geiles Spiel wird, ich bin ja echt gespannt, wenn man das wirklich spielen kann, ob es tatsächlich so aussieht. Weil das war schon sehr übertrieben, was sie da gezeigt haben, meiner Meinung nach. Ja, also, vom, vom, vom Look her, hammerkrass. Also, Third-Person, Sci-Fi-Shooter, at its best, glaube ich, den man sehen wird. Ich meine, Bioware war schon nie wirklich schlecht, was ihre Spiele betrifft, zumindest grafisch-technisch, die neueren zumindest. Also, ich sag mal so, Mars-Effekt-Andromeda sah jetzt auch nicht schlecht aus. Das ging. Aber Anthem sieht ja noch dreimal besser aus, auch allein die ganzen Partikel- und Licht-Effekte, als du da durch so einen komischen Tunnel flog und so und die Gesichtsanimation. Boah. Krasser Scheiß. Aber sagen wir doch mal ehrlich, das wirst du so nie zu Hause sehen. Das ist die Präsentation gewesen vor einem Jahr. Jetzt gucken wir mal, was dieses Jahr ist. Ja, das hat ja mal auch einer gesagt, der sich da auskennt. Die meisten Präsentationen laufen auf dem Rechner, die laufen nicht auf einer Konsole. Ja, auf dem Rechner. Das sind zwei GTX-Titanen drinne. Ja, natürlich läuft das Spiel flüssig, ne? Und das ist halt, boah. Ist ja auch okay, aber ich meine, im Endeffekt ist es halt manchmal schon ein bisschen, ich finde halt, es ist am präsentesten oder am meisten fällt dir das immer auf, wenn die Konsolengeneration relativ neu ist. Und wenn du dann weißt, was ist machbar, was dann die Leute ausflutet. Ich meine, wie gesagt, also so ein Monster oder ein God of War oder sowas, wenn du das gesehen hättest, hätte ich auch gedacht so, ne, das ist ein bisschen too much. Aber es läuft halt jetzt, es sieht geil aus. Ich bin gespannt, wie der Last of Us 2 aussieht. Und wenn Naughty Dog das zeigt, weiß ich hundertprozentig, okay, so sieht das Spiel auch aus. Was die immer da, wie die das machen, weiß ich nicht, was da auf der CD, auf der DVD noch mit drauf ist, was da so den, das ist so ein Matrix-Code, glaube ich, mit drauf, der einfach sagt, komm, hier, du hast viel mehr Power, als du eigentlich weißt. Ja, genau. Dann geht das. Aber ja, Anthem, also wie gesagt, bin ich sehr gespannt, was daraus wird, ob es wirklich der Destiny-Killer ist. Ich meine, so schwer hätten sie es derzeit nicht, wenn sie ein vernünftiges Spiel auf die Beine stellen mit genug Content und ein bisschen Motivation im Endgame. Ich glaube, dann wird es relativ zügig gehen und dann hätte Destiny ein Problem, beziehungsweise vielleicht, ne, Konkurrenz belebt das Geschäft, sagt man ja auch immer so schön. Dann könnte man vielleicht auf ein Destiny 3 hoffen, was vielleicht irgendwie mal alle wieder glücklich stimmt. Mal gucken, ich weiß es nicht. Also Anthem ist auf jeden Fall auch so, für mich ein großer Wunschkandidat, das ist das, was wir jetzt, sagen wir mal so. Ja, wäre auch mal schön, endlich mal was Neues wieder von BioWare zu sehen einfach, weil sie nach Mass Effect Andromeda nichts mehr wirklich abgeliefert haben. Von Dragon Age gibt es ja keins mehr. Und von, was gibt es sonst noch eigentlich, von BioWare, das war ja eigentlich, die Star Wars-Spiele machen sie ja keine mehr. Wollte gerade sagen, wahrscheinlich nichts mehr, weil Anthem ist jetzt das Letzte und der wird auch geschlossen, sondern EA macht den Laden dicht, würde ich sagen, glaube ich. Ja, ich wollte gerade sagen, die Chronic Arts, die haben dann den Schnippelfinger. Tschüss. Macht das Anthem jetzt fertig, komm, und dann sieh zu. Dann sollen sie BioWare lieber ein bisschen mehr Geld geben und dafür Ghost Games zu machen. Jetzt mal ehrlich. Neues Need for Speed braucht eh kein Mensch. Ja, da bin ich auch mal gespannt, ob sie da wieder was zeigen, ob sie wieder Bock drauf haben. Also nach Need for Speed Rivals, glaube ich, äh, Rivals, sag ich, Need for Speed Paybacks. Die sollen einfach dieses ganze Blödsinnige sein lassen und sich wieder darauf konzentrieren, was das Spiel ist. Ein Rennspiel und fertig. Das braucht keine Fast and the Furious Story, meiner Meinung nach. Ähm, einfach ein, vielleicht irgendwie sollen sie doch mal gucken, was die ersten Spiele so ausgemacht haben. Coole Kurse, Musik, irgendwie schicke Karren. Warum nicht einfach wieder das? Warum nicht einfach mal wieder simpel, aber vernünftig? Das ist irgendwie so, es kommt immer so viel und da kannst du hier was freischalten und da kannst du Dings. Oder von mir aus auch, was ja von vielen immer noch als eines der besten oder die besten Need for Speed Teil angesehen wird, ist ja Underground 1 und 2. Das sind jetzt nicht so meine, aber ja. Ja, aber das war ja der Wunsch und das hat ja Ghost Games auch stellenweise ja geschafft mit dem neuen Need for Speed, was sie da gemacht haben. Ja, es gab ja Tuning, aber ich sag mal so, limitiertes Tuning. Du konntest nicht wirklich so viel anpassen, ja. Was bringt mir ein gutes Rennspiel, wenn es grafisch-technisch gut aussieht, ja, aber wenn es nichts weiter zu bieten hat? Aber auch, dass du da irgendwie deinen Scheiß grinden musst, in welcher Form auch immer das war. Das habe ich ja oft gehört, ja, ich muss mein Dings hier Hexpoiler grinden oder irgendeine Scheiße. Ja, in Payback war das so. Im ersten Need for Speed noch nicht so sehr. Nee, im letzten jetzt angeblich. In Payback, ja, ja. In Payback musst du das machen. Es gab Need for Speed, also Need for Speed Rivals war das erste von Ghost Games, dann gab es Need for Speed, das ist einfach nur Need for Speedies, und dann gab es Need for Speed Payback, das war das letzte, was rauskam. Ah, okay, okay. Ja, stimmt. Bei Payback musstest du halt immer so verschiedene Punkte an der Map ansteuern, dann hatten die Laden entweder ein paar gute Speedcuts oder nicht, ich meine, ich hab das Spiel ja, und dann kannst du dann entweder entscheiden, grindest du dir jetzt den ganzen Scheiß zusammen oder kaufst du dir halt was und du bekommst das halt immer per Zufall. Wenn ich jetzt ein paar neue Reifen brauche und dann denke ich mir so, ja, jetzt kriege ich ein Upgrade für den Motor, ey, der ist schon doch aufgepimpt, ihr Drecksäcke, oh, das ist scheiße. Ja, oder kauf einfach. Eben, das waren halt so In-Game-Lootboxen, ne? Ja. Ja, genau. Diese Seuche, ey, wirklich. Ich hab das Spiel aus der PS4 genutzt und mir so gedacht, ich will das Riesen zurückgeben. Ja, verständlich. Also wie gesagt, da einfach mal wieder ein rudimentäres, solides, schön top-poliertes Need for Speed, wie es früher war. Von mir aus auch eben, wie gesagt, für mich das Beste ist immer noch Hot Pursuit, das Neue, von Criterion, wo sie noch toll waren. Da fällt mir auch ein, wie hieß eigentlich, ja, ich weiß nicht mehr, wie die Firma hieß, die sie jetzt gegründet hatten damals, ähm, es sollte ja so inoffizieller im Geiste äh, ein Nachfeuer kommen, zu Burnout. Gab's auch schon Bilder zu? Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Ja, ich hab, glaub ich, auch davon was gehört. Ist aber auch schon lange, 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 lange angekündigt. Aber ja, mal gucken. Das gab jetzt auch, äh, doch erst vor kurzem dieses Burnout, äh, Remaster da. Ja, das war ja Paradise. Paradise war's, ja. Äh. Aber neues Burnout, ich würd's feiern. Ich hab letztens erst wieder, wo ich hier alles angeschlossen hab, Burnout Revenge gespielt, Alter, wie gut das Spiel ist. Ah, Bestes Burnout. Ah, wie gut das einfach ist. Das einfach mal, Burnout Revenge als Remake, nicht als Remaster, einfach so mit ner neuen Engine und allem möglichen Pipapo. Geil. Das wär richtig geil. Das wär ein Träumchen. Ja, aber es ist halt so, es macht ja sonst keine großartige Rennspiele da, außer Electronic Arts, beziehungsweise Publish, diese Skizze noch so, sonst vergleichbares. Ja gut, Forza Horizon wird dieses Jahr kommen, das ist eigentlich immer noch so, meiner Meinung nach, derzeit die Referenz so im Fun-Sport. Ja, aber zum Beispiel Gran Turismo ist tot. Ja, das ist nicht tot, ich glaub, das dauert halt einfach und das ist halt, es wird ja schon immer noch von den Fans und so geschätzt, das ist jetzt nicht so der Kassenschlager, aber es sind immer noch gute Spiele und, keine Ahnung, gab's doch nicht zuletzt gerade erst wieder eins Neues? Ich glaub, es gab dann irgendwie eine neue Edition oder irgendwie so und das ist halt wieder anders. Geil. Gran Turismo brauchst du mich nicht fragen, hab ich keine Ahnung, weil jetzt interessiert mich nicht, das ist mir zu Hardcore-Simulationslastig. Forza geht manchmal noch, hol ich mir so mal, ne, gerade jetzt am Anfang der Konsolengeneration hab ich mir wieder ein Neues geholt, weil die halt immer schnieker aussehen und eigentlich ganz cool sind so, auch mit dem Autos angucken und sowas fand ich immer cool, das Auto Vista. Aber ja, Horizon, mal gucken, wie das jetzt wird, also das Forza Horizon 4 wird ja, ist ja, ne, dieses Jahr wieder dran und dann schauen wir mal, ich hab Teil 3 halt komplett ausgelassen, Teil 2 fand ich nicht so, Teil 1 hab ich richtig geliebt, das war eins meiner absoluten Lieblingsspieler damals, hab ich schön mit Lenkrad gespielt, da hab ich mir extra ein Lenkrad für gekauft, für die Xbox One 360, äh, für die Xbox One 360, genau. Für die Xbox One 360. Und das war so gut, wenn du damit, ähm, die Rennen gefahren bist, die so die Mischung hatten aus Asphalt und dann halt so ins Offroad ging. Irgendwie das Ding am Wackeln war, aber das macht so Spaß damit zu spielen und dann schön durch die Kurven sliden so und das Lenkrad immer so gegenbewegen, das hat richtig fun gemacht, muss ich sagen. Ich hab mal so, äh, auf der Gamescom letztes Jahr hab ich so in so einem Racing Chair gesessen und dann hab ich dann auch, äh, nämlich, ich glaube, es war sogar Gran Turismo gespielt, war ziemlich geil. Und das schön mit Hydraulik, oder was? Ja. Ja, das hab ich auch mal gespielt. Und dann schaltest du schön und das Lenkrad fühlt sich gut an und da sitzt du halt drin, wie in so einem richtigen Rennwagen, das ist geil. Ja, das hätt ich auch gern zu Hause, aber... Schick, schick. Ja, Gran Turismo 6 war der letzte Teil. Oder, nee, Gran Turismo 7, so. 7 gibt es schon. Ja, aber ich seh grad, Gran Turismo 6 war für die Playstation 3 noch. Okay. Hm. Ah ja. Jo, ähm... Schaust du am Wochenende irgendwas oder bist du gar nicht da? Ähm... Sonntag eventuell, dann guck ich mir mal das von Microsoft an. Okay. Aber Samstag schaff ich nicht. Wenn's dann abends war, war doch abends, oder? 22 Uhr, ja. Samstag, EA. Äh, EA hol ich mir dann nach. Achso, nee, EA. Äh, nee, Sonntag war, weiß ich nur. EA war Samstag um 20 Uhr, ja. Nee, mein ich ja. Samstag, äh, EA hol ich dann nach. Okay. Ja, Sonntag, also wenn du Sonntag sonst da bist, können wir ja zusammen gucken, wenn du Bock hast. Können wir machen, ne? Streamern machen nebenbei. Gucken wir uns die Schose an, was da abgeliefert wird. Machen wir dann eine Talking-Runde. Ja, ja. Schauen wir mal, was da geht. Live Reaction nennt sich das, ne? Ja, genau, Live Reaction. Auf die Pressekonferenz, da machen wir so ein Schocker-Bild. Boah, wie ich das hasse, ne? Das ist so echt so eine Seuche auch. YouTuber reagieren auf andere YouTuber, die reagiert haben. So, ah, fickt euch das. So Trenn erneutert, die ich nicht nachvollziehen kann. Nein, das ist einfach so. Ich finde, also bei sowas, okay, weißt, kann's dir geben, so, aber, jo, keine Ahnung. Wie oft ich das sehe, immer auch Trailer, weißt du? Filmtrailer, wo die dann sitzen und voll ausrasten irgendwie so. Ja. So, was? Ja, cool, ja, aber, hm. Hast du eigentlich Solo schon gesehen? Nee. Du? Hm. Okay. Ich weiß, hm. Ich werde den mir wahrscheinlich auch nicht im Kino angucken. Ja, ich glaub halt auch nicht. Glaub nicht, dass dir das lohnt. Außer, ich muss mal gucken, wie da was hier Film des Monats ist diese Woche. Für einen Fünfer würde ich ihn mir geben. Also, wenn da ein Fünfer ist. Für einen Fünfer kannst du es mal mitnehmen, aber ich habe ja nur Schlechtes darüber gehört und dass der Schauspieler, der diesen Han Solo, äh, der den Han Solo spielt, jetzt nicht unbedingt so auf dem Kasten hat. Da habe ich eigentlich... Und das wurde ja, es wurde ja auch vieles nochmal umgedeichselt, weil die da Probleme hatten mit der Chefin dann von, äh, Lukasfilm und, oh Gott, oh Gott. Ich habe eigentlich gehört, dass der Film nicht so toll sein soll, aber dass, ähm, der Typ eigentlich ganz okay wäre. Also der, oder haben sie den Donald Glover gemeint? Das kann natürlich auch sein. Nee, da hast du ihn mir anders, der Kerl. Ja, also wie gesagt, das ist ja der, äh, Lando, Lando Calrissian. Ach, der Lando Calrissian, der soll sehr charismatisch sein. Ja, den mag ich sowieso. Ich weiß nicht, ob du Community kennst, und wenn nicht... Ja, doch, doch, ich habe mich daran erinnert. Ich habe mir so gedacht, woher kenne ich den denn? So, eine der besten Serie überhaupt. Ich habe nicht viel gesehen. Gut, und so Emilia Clarke ist halt Emilia Clarke halt, und... Aber Woody Harrelson, ah, Gott, auf den hätte ich halt Bock. Stimmt, der ist ja auch dabei. Ja. Ich stehe gerne mal das Film der Woche aus, verdammte Axt. Naja, egal. Gucke ich nachher mal. Ja, wie schaut's aus sonst? Dann, äh, würde ich sagen, machen wir, machen wir Schluss für heute, oder was? Wenn wir jetzt so, soweit du ich sind, oder? Boah, also mir fällt jetzt persönlich auch noch kein weiterer Titel großartig ein, wo man weiß, dass der noch kommt. Es gibt natürlich einige Spiele, äh, das hatten wir schon mal so gesagt, auf die wir uns halt persönlich freuen. Ähm, ja, also ich bin gespannt, was die einzelnen, äh, Publisher und, ähm, unter anderem auch in Kooperation mit den Entwicklern so zeigen werden. Also, wie gesagt, ich würde mir gerne eigentlich das, ähm, die Präsentation von Hideo Kojima angucken, aber ich bin ja leider nicht da. Also, so Death Stranding, ob's da jetzt mal Gameplay-Material zu sehen gibt. Meinst du, das gibt's auf, äh, Dingens hier? Sony? Also, Death Stranding wird definitiv gezeigt werden, das hat die Hideo Kojima ja auch gesagt. Okay. Und das Spiel ist jetzt auch schon ein bisschen länger in Entwicklung und es wäre jetzt mal ein bisschen, ja, ich glaub, die Erwartungshaltung, also die Spiele sind sehr, sehr hoch. Von daher wird schon, glaub ich, vorausgesetzt und erweitert, dass Hideo Kojima ein bisschen was zum Gameplay-Material zeigen wird. Mhm. Und ob es vielleicht auch einen Release-Termin dafür geben wird. Genauso wie vielleicht von CD Projekt Red zum neuen Cyberpunk 2077. Also, das sind so zwei Titel, wo ich weiß, dass noch kein Gameplay-Material gezeigt wurde und ich sehr, sehr gespannt bin und ich echt enttäuscht werden würde, wenn's dann irgendwie nicht so fruchtet. Ja. Also, da muss ich auch wirklich sagen, äh, wenn sie von Cyberpunk nicht zeigen jetzt, dann wär ich schon ein bisschen traurig. Also, da geh ich ganz, 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 ganz stark von aus. Mhm. Also, ja. Äh, was ich ja auch noch grad sehe bei Sony, ist auch ein Titel, der ist, glaub ich, bei vielen auch nicht so geläufig, äh, was mich aber persönlich sehr, sehr anmacht, ist, äh, vor allem Ghost of Tsushima. Ist ja ein neues, ähm, was war das nochmal? Ähm, Action, Action-Rollenspiel, das im feudalen Japan spielt und man ist ein, äh, glaub ich, ausgestoßener Samurai. Und es hat mich so ein bisschen an Nio erinnert, das ist natürlich wahrscheinlich nicht so Souls-like, wie man so schön sagt, aber es sieht vom Setting her und von dem, wie es gepolished ist, topnotch aus. Also, da bin ich auch mal sehr gespannt, wird auch bei Sony zu sehen sein, auch eine neue IP, Wahnsinn. Also, sowas find ich ja immer noch geil, wenn's immer so Spiele gibt, die irgendwie so mal wieder andere Settings zeigen, was zwar schon irgendwo mal gesehen wurde, klar, also, man kann's grad nicht neu erfinden, aber ich mag dieses feudale Japan-Setting sehr. Okay. Deswegen hat mich das bei Nio auch so unglaublich angemacht. Sehr, sehr geiles Spiel. Ja, Nio war nicht schlecht. Hab ich leider nie richtig gespielt, nur die Beta, aber... Musst du mal tun. War mal ein bisschen zu komplex, muss ich tatsächlich sagen. Also, ich hab keinen Bock drauf, derzeit. Okay. Den ganzen so stehen und so stehen, um dann so zu machen. Ja, genau, du musst die Haltung machen. Nee. So, 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 so Souls-like ist es im Prinzip eigentlich nicht, aber es gestaltet sich halt eher nach Souls-like, wegen der Schwierigkeitsgrade der Endbosse. Weil die ist ein Pain in the Ass. Mhm. Nee. Mal gucken. An einem hab ich drei Stunden gebraucht, das weiß ich noch. Das war der vorletzte. Drei Stunden ist dann nix, hör mal. Wie gesagt, an dem einen Boss hab ich zwei Tage gesessen bei Dark Souls, bei dem Add-on. Schwester Friede und der Vater. Ach so, die zwei. Oh mein Gott, erinnere mich. Die waren auch die Hölle. Ja. Was kann ich, wie lange ich für die gebraucht hab, aber auch ziemlich lang. Habe ich heute immer noch, immer noch das Video, was ich dann rausgeschnitten hab, ey, das war so witzig, ey. 37 Mal, aber was ich dann im einen Abend gestorben bin, war der ein Wahnsinn. Ach, da wir es grad ja von Souls hatten, ne? Das fehlt ja hier auch nicht, aber es gab ja auch diesen kleinen, äh, Mini-Teaser, vielleicht auf ein neues Bloodborne. Haben wir ja letztes Jahr schon drüber gesprochen, kurz, aber wie gesagt, weiß ich nicht. Sie haben gesagt, es ist nicht so, mal gucken, vielleicht kommt auch was anderes, vielleicht kommt ein Geistgarnachfolger, mal schauen. Also From Software müsste auf der Sony auch was zeigen, äh, denke ich mal. Ja, definitiv. Ja. Ich denke schon, über... Er war Bloodborne, ist jetzt drei Jahre alt und Dark Souls 3 ist auch schon älter mittlerweile. Zwei Jahre, glaube ich, 2016 kam es raus. Hm. Ja, ja, naja. Lass uns mal überraschen. Also ich bin sehr gespannt, wie gesagt... Dark Souls 3 Master hat sich sehr gut verkauft, auf jeden Fall, erst mal. Ja, ist aber, glaube ich, nicht so gut bei allen angekommen. Ja, verhaltene Meinung. Zumindest bei den PC-Spielern, sagen wir nur so. Bei den Konsolenspielern wahrscheinlich schon und wie gesagt, wenn, werde ich es mir eh für Konsole holen, einfach um es dann in 400 Jahren noch spielen zu können. Ja, ich werde es mir für die Switch holen, wenn es dann mal draußen ist. Schön. Auf der Nintendo-Seite steht immer noch Sommer 2018 und bei Amazon steht irgendwie November, Dezember oder so. Ich wollte gerade sagen, kannst du dir schön unter den Weihnachtsbaum legen, dann kannst du dich freuen. Ja, aber zur kalten Jahreszeit passt du in Dark Souls. Die kommen auch immer meistens gegen Ende des Jahres raus, kann das sein. Nee, immer im Frühjahr eigentlich. Frühjahr, ja. Fast das Gleiche. Na gut, Dark Souls 4 Master kam jetzt nur Sommer raus, das ist auch nicht viel besser. Nee, ja, doch stimmt, ja. Ist ja schon Sommer eigentlich. Kann man so sagen. Das neue Spider-Man soll unter anderem halt auch in der VR-Version rauskommen, da bin ich mir auch echt im Überlegen, ob ich mir das holen und dann mit der PSVR zocke. Okay. Und dann in First Person durch die City schwingen, oder was? Hä, ist echt? Okay. Ich stelle mir das so geil vor, einfach nur. Ich stelle mir das so vor, wie viele Leute da auf dem Teppich kotzen dann. Ja, Motion Sickness hast du bei VR fast immer irgendwo. Vor allem, wenn sie dann irgendwie die Bewegung auf dem Sofa nachmachen mit so Move-Control oder sowas. Ja, hättest du schon mal in den ersten Stunden bei Resident Evil erleben müssen. Ey, was soll ich da? Motion Sickness hat am Anfang. Weil du ständig rumgeschakert wirst. Ja, okay, gut, das kann natürlich sein. Also das Schlimmste war bei mir tatsächlich Hover-Junkers. Das habe ich auch zurückgegeben, weil ich so gekotzt habe. Also wirklich fast gekotzt habe. Das war echt die Hölle. Aber sonst ging es bis jetzt immer. Irgendwann wird dir halt schon ein bisschen schwummerig so, aber... Jetzt fangen wir auf einmal so nach und nach noch ein paar Sachen ein, bezüglich auch Rennspiele, The Crew 2 und so. Ja, Crew 2 ist ja offiziell. Ja. Aber auch ein Rennspiel, was... Letztes Jahr schon. Das ist unter dem Radar so ein bisschen lief, sage ich mal. Ja, das erste, ja, definitiv. Ja, mal gucken, also. Crew 2, Crew 1 fand ich nicht so toll. Ich fand die ganzen Strecken, Strecken, also halt die ganzen Straßen nicht so phänomenal designt, sagen wir mal so, das war halt ein bisschen edgy alles, also, naja. Ich hatte ja bei dieser komischen Ubisoft-Aktion ja amsonst bekommen, von daher war es ja nicht so schlimm. Ja, ja, geschenkt würde ich es auch nehmen. Mal zwischen nicht reinzukommen. Ich bin mal gespannt, was mit Rainbow Six, wie das weitergeht. Das läuft ja jetzt ganz gut. Ach, wegen dem... Division 2, mein Freund. Ja, mein Freund, vom Kleinst ist Division. Division 2, stimmt. Ja. Das erste fand ich ziemlich gut eigentlich. Ja, wurde von dir sehr, sehr abgefeiert. Ich weiß doch gar nicht, warum ich jetzt nicht weitergespielt habe. Ich glaube, weil ich keinen mehr hatte dann. Der eine Kumpel, also der eine, mit dem ich da angefangen habe zu spielen, der war dann nicht mehr online. Die anderen haben es alle auf PC gespielt, die ich kannte. Ja, mal gucken. Also wenn, dann würde ich mir eh wieder das neue, wahrscheinlich schon für PC holen, diesmal dann. Aber ich bin gespannt, ob es wieder das gleiche Setting ist, ob es was ganz anderes ist, ob es ein direkter Nachfolger ist, ob es irgendwie in einer anderen Stadt oder wie auch immer spielt. Also, ja. Division ist halt, ja klar, ist halt auch ein direkter Destiny-Konkurrent, kann man ja so sagen. Ist das gleiche Spielprinzip. Ist doch auch immer so futuristisch eingebaut, war das so? Nee. Also es hatte schon so ... Ja, aber die hatten noch so moderne Setpieces drin, wie also kybernetische Waffen oder irgendwas war das, glaube ich. Ja, es gibt halt so Gadgets, die halt schon so ein bisschen, das meine ich halt, die sind so ein bisschen abgedreht, also irgendwelche Granaten, die auf der Erde rollen und zum Gegnern und so. Aber sonst eigentlich, die Waffen waren eigentlich sehr, sehr ... Auch das Ganze in New York fertig und so, das war halt so ein bisschen, ich sag mal, vielleicht ein paar Jahre in der Zukunft so wie ... Ach so. Viele Tom Clancy-Sachen halt so. Mhm. Ja, gucken wir mal. Ubisoft. Da geht's auch immer gut ab. Also ich muss sagen, meine Lieblingspresskonferenzen sind eigentlich immer Ubisoft, Sony und dann Microsoft, glaube ich, in den letzten Jahren, in der Reihenfolge. Obwohl, nee, Sony eigentlich ... Ja, obwohl, Sony wechselt immer so hin und her. Ubisoft ist eigentlich immer solide. Es gibt immer irgendwie noch eine Überraschung am Ende. Was dann tatsächlich dabei rumkommt, ist ein anderes Thema. Aber die Pressekonferenzen sind immer ganz cool. Ich weiß nicht, ob die ... Ah, ich vergesse ihren Namen mal. Die Schnitte, die das macht da, die macht das auch immer richtig witzig. Ach, ja, ja. Ich weiß, wen du meinst, aber ich weiß gerade auch nicht, wie die heißt. Aber die ist immer gut drauf. Die macht Spaß. Ja. Nee, die sind immer gut drauf. Ich bin halt immer schon ein großer Bethesda-Freund gewesen. Deswegen finde ich halt auch immer die Pressekonferenz, die gebe ich mir halt meistens dann auch. Und dann halt von Sony und von Nintendo. Weil die Pressekonferenz, als ich die gesehen hatte, wo sich die Wii U vorgestellt haben, da habe ich mir gedacht, jetzt ist es vorbei. Die habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Ich habe die nur im Zusammenschnitt gesehen, aber dann so, ey, das ist nicht der Ernst. Was ist denn das bitte für eine Konsole? Was soll denn das? Ich kann mich mal ... Ja, okay, Mario Maker, coole Idee. Ich kann mir da ein Levels bauen. Geiles Ding, aber ... Ich kann mich nur noch daran erinnern, wie sie den Namen erklärt haben. Der Rating, wo er da stand. Das weiß ich nicht. Das habe ich mal gesehen, aber sonst ... Ich finde, die Präsentation oder die Pressekonferenz, die da in den ganzen letzten Jahren sowieso sehr viel interessanter geworden sind, wenn du dann noch früher daran denkst, erst mal ein Riesenblock mit Verkaufszahlen, Geschäftsjahr, jetzt wird das weg. Und du denkst, Alter, es interessiert hier keinen, weißt du, wir sind hier keine Business-Leute. Fakt und Fakt und Fakt. Oh, wirklich, das war ganz schlimm. Und jetzt mittlerweile ist ja ... Also bei Sony ist ja nur noch eigentlich, ja, Licht aus, Trailer spot an. Zwischendurch kommt mal einer auf der Bühne und sagt so, alles gut, braucht jemand eine Erfrischung? Ja, okay, wir machen weiter. Und dann ist er wieder weg. Und dann ist irgendwann Ende, nach anderthalb Stunden oder so. Bei Microsoft wird ja noch ein bisschen gelaufen. Das ist für mich immer noch so ein bisschen eigentlich schöner, dass halt noch was erzählt wird zwischendurch wenigstens. Oder vielleicht sogar gezeigt wird, also in echt gezeigt wird. Aber das ist ja eigentlich ... Äh, eigentlich unüblich, weil es ist ja immer die Gefahr, dass was nicht funktioniert oder abstürzt oder wie auch immer. Also ganz, ganz selten ist ja echt das Gameplay da. Ja, gab's, genau. Ich will grad sagen, also es ist relativ selten eigentlich. Also es gibt natürlich auch so Momente, da läuft's natürlich auch hier und da mal so ein bisschen holprig. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das ganz erstaunlich. Ich meine, da sind ja zig von Leuten, die da im Hintergrund arbeiten, damit alles still in der Plan läuft. Und die ganzen Pressekonferenzen natürlich auch die ganzen Pressemenschen erreicht und die darüber berichten können. Weil das ist die größte PR, die die haben im Jahr. Ich muss fast sagen, eine der geilsten Pressekonferenzen fand ich damals von Microsoft, wo sie die neue Xbox 360 vorgestellt hatten, die schwarze, also dieses Remodel-Dingen da. Ach so, ja. Wo sie dann gesagt, wo dann gefragt wurde, wann kann man die holen? Da sagt er, ja, nächste Woche im Laden. Und wenn der rausgeht, könnt ihr alle einen mitnehmen. Und ich dachte so, what? Das fand ich schon krass, wo sie einfach mal jedem einen so ein Ding in der Hand gedrückt haben, der im Saal ist. Ja, das war ... Naja, das ist ... Aber auch so ... Das ist Marketingstrategisch einfach das Beste, was du machen kannst. Gib den Leuten direkt so ein Ding mit. Aber wie geil das war so übrigens, ja, hier ... Ich glaube, das war eine Woche später. Ich glaube. Das war echt ein ganz, ganz kurzer Zeitraum. Weil es wurde auch kurz vorher geleaktet irgendwie. Und dann ... Das war schon nicht schlecht, muss ich sagen. Jetzt sind wir gar nicht auf Capcom eingegangen. Aber ... Capcom. Ne. Zeigen die überhaupt groß was? Also wenn auf der Sony-Geschichte da wahrscheinlich. Na gut. Na gut, ich hab ja einen Titel genannt, Mega Man 11. Aber alle hoffen ja noch, dass es ja jetzt endlich mal wieder, vielleicht, oder vielleicht auch nicht, was zum Resident Evil 2-Remake gibt. Aber ... Die sollen erst mal gucken, dass ich hier meine Steam-VR-Version bekomme. Devil May Cry 5 halt. Ja klar. Wie gesagt, haben wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Aber ja, Devil May Cry 5, ne. Wäre auch noch auf der Liste. Ja. Lassen wir uns überraschen, würde ich sagen. Wir starten Sonntag. Ich gucke Samstag. Und dann gucken wir Sonntag schön zusammen hier, was Microsoft abliefert. und danach kannst du schon sagen. Aber warte mal kurz. Sonntag wann? 22. Hm? 22. Hm. Ich lasse noch mal Bescheid. Ich glaube, da war noch was. Also ich werde es mir auf jeden Fall angucken und dann so ein bisschen nebenbei live sein oder so. Mal schauen. Ja, kannst du ja machen. Machen wir das so. Juli, da würde ich sagen, machen wir den Schluss für heute. Guck mal, schön hier anderthalb Stunden auf dem Punkt genau fast erreicht. Ja, ich danke auf jeden Fall wieder hier fürs Dabeisein an dich, fürs Zuhören, fürs Zuschauen an die Leute da draußen. Und da würde ich sagen, Sonntag E3, Start. Zumindest Livestream dann mal wieder auch. Die anderen Sachen nicht, weil da muss ich arbeiten. Aber dann können wir ja mal gucken. Achso, du bist ja dann nicht da. Gut, dann mache ich nächstes Wochen halt schön alleine hier. Vielleicht musst du dann. Ich gucke da mal rein, wenn ich wieder da bin. Und dann muss ich mir Sonntag noch die ganzen Pressekonferenzen nachholen im Zusammenschnitt. Vielleicht ist der Simon ja da. Vielleicht hat der ja was geguckt. Mal gucken, ich schreibe ihn mal an. Kannst du mal machen. Juti, da würde ich sagen, sind wir raus. Und bis nächste Woche. Tschüss. 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 Vielen Dank.